Wenn er jetzt irgendjemand demnächst noch sagt so, ich sehe, es geht abwärts, das braucht doch kein Mensch, so ganz im Ernst, lass mich doch in Ruhe. Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Ja, ja. Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Apfelplausch-Folge 97 am 4. Juni, eine Sonderausgabe, denn gestern war der 3. Juni. Was bedeutet das? Gestern war die Keynote zur WWDC, die 30. Die läuft jetzt noch die ganze Woche und wir nehmen die Gelegenheit wahr, einen Tag später darüber zu reden, was da so gewesen ist. Lukas ist natürlich auch wieder da und gestern, also ich muss zugeben, Lukas, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich fand es wirklich richtig cool. Es war anstrengend, wirklich, wirklich anstrengend für uns, aber gut. Du, ich sage das ja immer. Ich sage das ja immer. Ich finde solche Keynotes irgendwie immer cool. Es ist verdammt anstrengend und ich muss gestern sagen, ich glaube, das war der Live-Ticker, bei dem ich am meisten Posts abgesetzt habe. Das kann man ja immer schon schön sehen bei unserem Live-Ticker-Tool. Es waren irgendwie um die 300. Das klingt jetzt erstmal vielleicht nicht so viel, aber es ist viel. Also ich war dermaßen am Ende nachher. Ich habe nach eineinhalb Stunden schon auf die Uhr geguckt und gesagt, jetzt könnte es irgendwie, ich weiß nicht, es könnte schon langsam dem Ende zugehen. Und es ist über zwei Stunden gegangen, war eine der längsten Keynotes, die es je gab. Aber spannend. Also wir können ja gleich mal rein starten mit der Umfrage, die wir heute gemacht haben auf unseren Kanälen. Denn da haben wir gefragt, wie euch denn die Keynote gefallen hat und auch, was das Highlight von euch war. Und da haben jetzt schon im vierstelligen Bereich Leute mitgemacht. Also kann man durchaus gelten lassen. Ich kann ja mal vorlesen. Wie fandet ihr die WWDC 2019 Keynote? Und da waren 44% der Leute der Meinung, genial, hat meine Erwartungen sogar übertroffen. Also klares Bild, um 40% waren der Meinung, ganz okay, war ein rundes Event. Also 85% unserer Leser und Hörer waren ganz angetan. 11% meinte, war nicht ganz so spannend für mich persönlich. Und 5% sehr enttäuschend, was Apple da abgeliefert hat. Ja, und bei den Highlights, ganz klar, iOS 13 ist hier führend mit 29%. Immerhin 27%, aber noch iPadOS, beziehungsweise die Aufsplittung da. Ja, 13% sagen macOS oder die Features darin, fanden sie ganz spannend. 10% watchOS, 9% der Mac Pro, 7% tvOS und immerhin 5% für Swift. Das habe ich auch noch mit reingepackt, die Swift-Neuerungen. Das werden die Entwickler sein, die natürlich darauf abfahren. Ja, ist, glaube ich, zu erwarten gewesen bei den Highlights. Aber so gut sind Umfragen noch selten ausgefallen. Also klar, die meisten sind immer dafür, war ganz toll. Aber dass es sogar jetzt 85% der Meinung waren, wäre ein richtig gutes Event. Ja, das zeigt, glaube ich, dass Apple da schon vieles richtig gemacht hat. Und was haben sie denn richtig gemacht? Das starten wir in die Keynote rein. Aber nicht chronologisch, so wie Apple das gemacht hat gestern. Denn da hat man irgendwie langweilig mit tvOS begonnen. Und sowieso, es kamen zuerst mal zwei Videos. Ja, aber wie immer eigentlich, wie immer. Das ist auch wichtig, so für uns ein bisschen, damit wir uns so ein bisschen an den Workload anpassen können, damit es irgendwie mit mir nicht überfordert wird. Das eine Video war halt angelehnt an das Design der Einladungen, so mit den ganzen Emojis und mit den ganzen Buttons und Icons und so. Und das zweite Video dann ein Hoch auf die Entwickler. Da hat es geheißen, While the World Sleeps, You Dream. Ja, tolle Sache natürlich. Und dann tvOS. Aber wir beginnen mit iOS. Mit iOS 13. Und zwar mit dem richtigen iOS 13. Also wir kommen später noch dazu, was Apple sich da hat einfallen lassen. Aber zunächst mal so das iOS selbst. Das ist eigentlich, das iOS 13 ist ziemlich spannend, weil es ja, also im Vorfeld war ja klar, es wird ein Feature Release. Und iOS 12 war ja ein Performance Release, wo man quasi versucht hat, das zu reparieren, was man in den letzten Jahren davor zu Tode gekloppt hatte. Und iOS 13 ist aber jetzt letztendlich so ein bisschen beides. Ein Feature und ein Performance Release. Und das hat, das hat man auch zunächst gesagt, wo es dann zu iOS 13 ging, was man mit der Performance macht. Man möchte sie weiter steigern. Also die Apps werden kleiner. Das war im Grunde auch im Vorfeld schon, das war so kurz angedeutet worden. Es gab so Überlegungen, dass man die App-Pakete kleiner machen kann. Aufgrund einer neuen Kompression werden sie 50% kleiner sollen sie werden, die Apps. Und die Updates sogar 60% kleiner aufgrund des inkrementellen Update-Verfahrens, wie ich das verstehe. Und wenn man sich mal anguckt, wie groß die Apps so sind, ist das auch wirklich gut. Allein schon diese Facebook-App ist irgendwie schon reichlich, 100 MB mehr eigentlich. Das ist dringend fällig. Und sie sollen auch schneller starten, nämlich zweimal so schnell. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass jetzt die Bibliotheken schon, die müssen nicht mehr in den Apps mitgeliefert werden. Deswegen werden sie auch kleiner. iOS liefert jetzt mehr Bibliotheken mit. Und das heißt, die ganzen Container werden kleiner und die Apps starten schneller. Also das sagt zumindest Apple. Wir haben leider noch keine direkten Tests machen können. Wir haben es versucht, wirklich. Wir haben es wirklich versucht, Beta-Experience sozusagen schon zum Podcast zu liefern. Lukas, du hast es versucht, aber es ist schwierig diesmal. Ich bin gescheitert, ja. Es gibt keine Beta-Profile dieses Mal von Apple, sondern man muss sich Images aus dem Developer-Center laden. Dann das Ganze über macOS machen. Und auf dem Mac muss auch schon macOS 10.15, also das Catalina, das Neue installiert sein. Oder es soll auch mit Xcode funktionieren. Dann kann man auch mit 10.14.4.1, also einem neuesten, zugange sein. Das habe ich aber jetzt zeitlich nicht mehr geschafft, weil es mich irgendwie schon so viel Zeit gekostet hat, das ganze andere Zeug zu laden. Ja, jetzt sitze ich hier noch mit iOS 12, aber bis zum Wochenende möchte ich zumindest auf dem iPad die iOS 13 Developer Beta installiert haben und euch die ersten Eindrücke geben. Was ich aber da nicht testen kann zum Beispiel, und da möchte ich bei der Performance noch anhängen, Face ID wird schneller. Und das haben die so nebenbei erwähnt, 30% schnelleres Face ID, wo ich mir dann denke, dass das mit Software überhaupt noch möglich ist, eigentlich schon krass. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Also Face ID wurde ja schon mehrmals durch Software schneller. Ich glaube, das letzte Mal war das mit iOS 12.3, glaube ich, oder 12.2. Und das habe ich auch tatsächlich gespürt. Witzigerweise irgendwie aber erst so im Laufe der Zeit, aber meine Freundin zum Beispiel, die ja ein iPhone 10 hat, meinte dann auch so, ja, es ist jetzt irgendwie noch so ein bisschen geschmeidiger. Nun, wir werden es sehen, wenn es dann später irgendwie kommt. Und an dieser Stelle muss ich auch sagen, ich hätte gerne selbst, ich war schon drauf und dran, mir die Beta selbst zu besorgen, auch wenn es, wobei, es ist dieses, also dieser Umstand, dass es keine Beta-Profile gibt, die kommen dann im Juli wohl, sondern dass es über iTunes wäre ein Weg, geht aber nicht, weil kommen wir später noch zu. Die anderen Wege sind ähnlich kompliziert. Ich habe es dann doch nicht getan. Erstens habe ich nur ein iPhone zur Zeit in Benutzung und zweitens, das muss ich zugeben, bin ich durch unsere Kommentare darauf aufmerksam gemacht worden. Einer hat ja gefragt, hat wieder so, na, läuft die Sparkassen-App? Nee, die Sparkassen-App müsste bei mir nicht laufen, aber meine eigenen Bank-Apps. Und da ich es selbst schon erlebt habe, was passieren kann, wenn man die Beta lädt und dann die Bank-Apps noch nicht signiert sind dafür, dann funktionieren sie einfach nicht mehr. Und das wollte ich dann doch nicht. Also leider auch bei mir keine Beta-Experience zur Zeit. Ja, ich werde es ja auch nicht aufs iPhone laden, obwohl, nein, das iPhone 6 ist ja rausgeflogen, oder? Stimmt, du hast den 6er, ne? Ja, ich habe das iPhone 6, das alte noch und das ist raus. Es beginnt mit dem iPhone 6s immerhin, das haben sie noch drin gelassen. Ja, wenn wir schon dabei sind, auch das iPhone SE ist am Start und das dürfte sehr viele freuen. Haben wir auch schon mit Kommentaren bekommen, ähm, ja, ist, äh, eine ganz gute Sache, dass das iPhone 6 rausfliegt. Ja, das ist 2.14 auf den Markt gekommen und das 6 Plus natürlich auch, äh, verwundert nicht wirklich, verwundert nicht wirklich. Das ist richtig, ja, also das ist jetzt 5 Jahre, genau 5 Jahre und das SE, ja, 2016, also die Pessimisten haben zum Glück nicht recht gehabt. Mal gucken, wie lange es noch drinne bleibt. Wobei es bei den, bei den iPads deutlich, ähm, äh, deutlich eher zurückgeht. Da kommen wir dann gleich noch zu bei iPadOS, ähm, weil das iPad Air der ersten Generation wird da sogar noch unterstützt und das kam 2013. Ja, das sind dann 6 Jahre. Also, ja, da haben sie wirklich, das ist wirklich tolle, tolle Unterstützung. Beziehungsweise, eigentlich sind es 7 Jahre, weil, äh, iOS 14 kommt ja erst nächsten Herbst. Ja, eben, also das wird ja, throughout 2020 hat man da quasi Unterstützung, das ist halt wirklich topnotch, kann kein Tablet-Hersteller mithalten, aber wir waren ja bei iOS 13. Was ist jetzt ansonsten noch außer der Performance neu? Ja, eine ganze, ganze Menge. Warte, 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 lass mich, lass mich nicht, lass mich nicht, lass mich verraten, was du jetzt als nächstes sagen würdest, du möchtest jetzt über den Dark Mode reden. Ja, ja klar, ja klar, das haben sich doch auch alle gewünscht und Apple hat sogar ein kleines Filmchen da vorbereitet, weil man genau weiß, dass alle darauf abfahren. Ja, der Dark Mode ist da und genauso, wie man es in den Leaks uns schon versprochen hat. Sprich, auf dem Homescreen ändert sich da gar nicht so wirklich viel. Also, es wird nicht irgendwie das Wallpaper abgedunkelt oder so, sondern das Dock ist eben dunkler. Genauso auf dem Lockscreen, die ganzen Menü, Menüs sind halt in Dunkel gehalten. Aber in den Apps selber, da kommt es halt wirklich zum Tragen. Kalender, Nachrichten, Fotos, Apple Music, die Karten-App sieht sehr, sehr schick aus. Also, überall, wo es eben weiße Flächen gibt, die Mail-App. Das sieht wirklich, wirklich schick aus. Und nicht nur schick aus, sondern auf den OLED-iPhone spart es natürlich auch mächtig Akku und schont am Abend die Augen. Also, das ist eine tolle Sache. Und von Apple, glaube ich, auch den richtigen Weg gefunden zwischen, ja, wir, also, man kann es auch übertreiben, glaube ich, mit dem Dark Mode. Wenn man jetzt wirklich auf Teufel komm raus noch versucht, dann die App-Icons auch noch irgendwie, ich finde gut so, wie sie es gemacht haben. Finde ich gut. Ja, man kann ihn aktivieren im Control Center oder in den Einstellungen. Also, auch das jederzeit kann man ein- und ausschalten. Ich weiß nicht, ob man ihn programmieren kann. Doch, kann man wohl. Du kannst ihn einstellen, dass er quasi mit Sonnenuntergang im Grunde wie Night Shift ausgehen geht. Schön, schön, sehr schön. Finde ich gut. Also, eigentlich alles so, wie wir es uns gewünscht haben beim Dark Mode. Tolle Sache. Das war einer der Features auch, die eigentlich komplett geleakt wurden. Also, ich finde es immer ganz interessant. Also, es ist wirklich, mittlerweile hat sich so eingespielt quasi, eine Menge wird geleakt, tatsächlich, man weiß ungefähr, was zu erwarten ist, aber nicht alles. Also, auch einiges ist immer nicht im Vorfeld bekannt. Stimmt, eine ganze Menge war da. Zum Beispiel die ganzen Änderungen in der Fotos-App und in der Kamera. Also, wir haben bei den ganzen Lightning, Portrait-Lightning-Effekten, es gibt neue Effekte und man kann die Lichtstärke zum Beispiel jetzt einstellen. Und auch die Fotos-App, die finde ich wirklich gelungen. Also, diese neue Übersicht. Wenn man in der Fotos-App auf die Fotos-Ansicht geht, also, da gibt es ja den Alben, For You und so weiter, aber wenn man auf die Fotos-Ansicht geht, dann kommt nicht mehr diese endlos chronologische Liste an Fotos, die gerade, wenn man iCloud-Foto-Mediathek hat, schon unübersichtlich sein kann. Sondern, dann kann man einstellen, entweder alle Fotos, also diese Ansicht gibt es immer noch, oder nach Tagen, Monaten und Jahren das Ganze filtern. Und das ist halt wirklich cool, weil bei den Tagen siehst du dann halt, also, es fasst dir den Tag sozusagen zusammen. Da werden dann Videos ein bisschen größer eingeblendet, ein paar Fotos, die ähnlich sind, ein bisschen kleiner. Also, das sieht wirklich schick aus. Bei den Monaten, mal ganz klar, kann man durch die Monate an sich scrollen und bekommt jeweils so eine Vorschau, was in dem Monat los war. Und bei den Jahren genau das Gleiche. Und dann wird es noch abgefahrener, man kann auch nach Ereignissen an sich suchen, die dann nicht mehr zeitlich gebunden sind, sondern wirklich nur an das Ereignis. Sprich, ihr könnt nach eurem Geburtstag suchen, bekommt dann alle Geburtstagsfotos der letzten zehn Jahre, meinetwegen, halt so viel, wie ihr eben gespeichert habt. Auf einen Blick könnt ihr schön vergleichen. Oder das funktioniert auch mit allen anderen Events, die zur selben Jahreszeit stattfinden oder irgendwo gruppiert sind durch Ort. Also, hat man wirklich schick gelöst, wenn man eh schon die ganzen Daten von Uhrzeit und Ort und so beieinander hat. Ich fand es in der letzten App, so mit diesen, in der letzten Version bei iOS 12, immer so ein bisschen möchte gerne, aber man hat es nicht richtig hinbekommen, so mit den Rückblicken und mit dem Für-Dich-Tab. Ich habe das nie so wirklich verwendet, weil es unempfohlene Fotos, irgendwie geteilte Dinge, ich war eigentlich immer auf der Ansicht, auf der normalen Fotoansicht, auf diesem scrollbaren Ding. Und jetzt wird man eine Art gezwungen, also das mehr ein bisschen anpassbarer zu machen. Finde ich aber gelungen, so wie Apple das gemacht hat. Muss man gucken, wie praktisch das dann wirklich im Alltag ist. Du kannst ja die andere Ansicht immer noch bei All Photos, ganz rechts kann man das auswählen, da wird dann vermutlich die ganz normale Ansicht kommen. Ich hoffe auch, dass das so ist, weil, also ich weiß noch, dass ich dachte so, okay, sie wollen die Foto-App wieder irgendwie more smart, more handy machen und so. Vielleicht klappt es ja, aber wahrscheinlich wieder nicht. Also, es wirkte so ein bisschen so wie, das ist so ein endloses Projekt. Die letzten drei Updates, iOS 12, iOS 11 und ich glaube iOS 10 auch schon, hat man immer versucht, die Foto-App noch krasser, besser zu machen. Ich fand sie irgendwie, ich habe sie jedes Mal, ich dachte so, es ist schön, jetzt sieht es irgendwie anders aus, aber es hat sich nicht wirklich verbessert eigentlich. Und wie praktisch das jetzt wirklich ist, vor allem auch, was mir auch durch den Kopf gegangen ist dabei, das bringt es halt wirklich nur für Leute, die viele Fotos machen. Also, die das wirklich auch exzessiv benutzen, die quasi jeden zweiten Tag oder auch jeden Tag irgendwie was aufnehmen. Für die macht es vielleicht wirklich Sinn. Und das hat man auch schon mal iOS 12 so ein bisschen gemerkt, wenn du deine Fotomediatik wirklich pflegst. Also, auch alle möglichen Sachen, auch dieses ganze Gesichts-Learning-Feature, das, was schon länger da ist, das funktioniert halt auch nur, wenn du es machst. Und es erkennt es eben nicht so wie bei Facebook, dass es quasi einfach so schon so, also ich meine, das ist ein Datenschutzverbrechen, was da passiert, aber es ist cool. Es erkennt auf völlig fremden Fotos völlig fremde Menschen. Das wird bei Apple nie funktionieren und das finde ich ein bisschen schade. Also, die Gesichtserkennung ist mittlerweile doch ganz gut bei Apple. Da würde ich nicht so, ich bin ja einer, der macht sehr viele Fotos. Ich, also, es gibt durchaus Wochen und auch Monate, wo ich jeden Tag irgendwo ein Foto habe oder irgendwo. Ja, ich speichere auch sehr viel ab, dass ich geschickt bekomme und so. Also, ich bin irgendwie ein Fan davon. Das ist eine Art Tagebuch, das ich dafür. Und ich habe den Algorithmus auch auf die Gesichter eingespeichert. Also, gerade Freunde oder irgendwie Familienmitglieder sind da die meisten drinnen. Das musst du ja nur einmal machen und er erkennt das sehr, sehr zuverlässig. Wird dann synchronisiert mit der ganzen iCloud, mit dem Mac. Doch, also, das ist mittlerweile viel auch nicht so gelungen, gebe ich dir recht in der Fotos-App, aber manche Dinge funktionieren doch ganz gut mittlerweile. Genau, das meine ich halt. Also, ich wünsche mir etwas, das man nicht trainieren muss, sondern quasi, dass das von selbst funktioniert. Wo auch Einmaliges machen. Das tut es ja. Das tut es ja. Also, du musst ja nicht, du musst halt natürlich die Namen einmal eingeben. Oder zwei-, dreimal. Ja, das meine ich mit trainieren. Ich meine genau das. Also, ich bin so faul, ich möchte auch keine Namen einmal eingeben. Aber das würde dem Apple-Datenschutz-Paradik mal widersprechen. Und es gibt auch nicht die Namensbasis. Aber du musst dir ja, irgendwann musst du ja einen Namen eingeben. Also, das kann ja nicht. Wie wäre es, ich weiß nicht. Aber offensichtlich ja nicht. Aber wenn du allen deinen Kontakten Fotos zuweist, könnte man da aber die Gesichtserkennung laufen lassen. Aber gut, das ist ja noch, dann ist ja einfacher, du gibst dann irgendwo die Namen ein auf einem Foto. Also, es ist nicht so viel Arbeit. Nein, nicht unbedingt. Wenn man nämlich die Kontakte mit dem Facebook-Profil synchronisieren lässt, dann nimmt der da die Fotos. Und naja, gut, viele haben nicht unbedingt sich selbst als Facebook-Profil-Foto. Aber so stelle ich mir das im Perfekten vor. Facebook speichert dir die Kontaktfotos in die Kontakte. Und die Fotos-App trainiert ihre Gesichtserkennung auf Basis deiner Kontakte, die wiederum mit Fotos von Facebook gespeist wird. Da würde mir aus zwei Aspekten nicht gefallen. Zum einen Datenschutz und zum anderen die Facebook-Fotos sind teilweise ja so schlecht, dass da auch der Algorithmus viel schlechter funktionieren würde. Also, wenn du das auf tollen Bildern einmal eingibst, den Namen, dann hat er das Gesicht auch erkannt. Dann geht das auch, krass ist ja, wie weit zurück das geht. Da sind dann teilweise Leute, die sind zehn Jahre jünger oder so. Und das wird wunderbar erkannt. Ja, künstliche Intelligenz. Dann muss die künstliche Intelligenz noch viel künstlerischer werden. Aber was zum Beispiel auch ganz spannend ist, nicht nur die Fotos-App wurde ja enhanced, sondern auch die Kamera-App. Und das finde ich tatsächlich wirklich praktisch. Man kann jetzt Videos im Nachhinein rotieren und den Helligkeitsfokus, also die Lichtsache verändern. Ich meine, ja. Also, dass wir das als Feature so hervorheben müssen, dass man Videos jetzt rotieren kann, ist halt schon fast eine Lachnummer. Aber es stimmt. Man konnte das nicht machen bisher. Und immer wieder mal haben mich Leute gefragt, ja, wie mache ich das? Du kennst dich da ja aus und sage ich, ja, ich kann es dir am Mac machen. Aber hier geht es einfach nicht. Es geht nun mal nicht. Mit Apps ging es wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, Filmic Pro kann das wahrscheinlich, glaube ich. Ja, aber da ist es wahrscheinlich, also da ist es noch einfacher. Du machst es über den Mac oder ich bin da zumindest schneller. Ja, also da gibt es eine ganze Reihe an neuen Filtern. Man kann das etwas feiner einstellen. Also Helligkeit, Kontrast und so weiter kann man jetzt in Prozent angeben. Nicht mehr nur diesen Regler. Also alles ganz schick geworden. Und wie gesagt, Videos, auch die jetzt bearbeitbar, nicht nur mit Rotieren, sondern auch Filter kann man setzen, Color Grading und so weiter und so fort. Ja, dann kam der Punkt Privatsphäre, oder? Oder wollen wir noch bei den Apps bleiben? Bei den Apps? Welche Apps? Also die Karten-App zum Beispiel. Die Karten-App wurde, ja. Enhanced, wollen wir sagen. Sie wollen jetzt ein bisschen mehr wie Google werden, also ein bisschen Google konkurrenzfähiger, Google Maps konkurrenzfähiger. Ja, aber USA. Only. Also vieles US-only. Bis 2019 bekommt die ganze USA neue Kartendaten. Die sehen richtig geil aus. Die sehen wirklich, wirklich gut aus. Man hat da so eine schöne Folie gezeigt, also vorher, nachher quasi, mit dem neuen Kartenmaterial, das Apple mit seinen Autos sammelt. Da haben wir auch schon drüber berichtet. Und dann kam so der Satz, in 2020 oder nächstes Jahr kommen weitere ausgewählte Städte. Ich dachte mir dann, vielleicht Länder, aber nee, Städte. Dann kannst du dir vorstellen, dass man nicht zunächst österreichische Städte nehmen wird, sondern wahrscheinlich Singapur, Hongkong oder weiß der Geier was. Ja, definitiv Mai-Thai, äh, Thailand. Ja, vielleicht Berlin und Wien. Ja, das ist bei mir auch so. Bielefeld wird sicherlich, ich weiß noch, irgendwann kam dann plötzlich Bielefeld in 3D, in dieses View-Over. Das haben wir doch gebraucht. Also das wirklich, ja, es sieht auch ganz schön aus, so bei uns die Sparrenburg in Bielefeld zumindest, ja, aber es gibt ja dieses neue Streetview-artige Look-Around-Zeugs, das nennen wir das ja. Und das, also, sie, damals, wir erinnern uns noch, die Google-Kamera-Autos sind wirklich überall rumgefahren gefühlt. Also die waren wirklich überall. Aber Apple-Autos sind auch rumgefahren, aber die haben einfach wesentlich weniger Manpower. Ich frage mich auch so ein bisschen, woran das liegt, weil am Geld wird es nicht liegen. Haben sie einfach nicht das Personal. Ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, so die Maps-App. Ja, was weiß ich, soll es irgendwie, sollten sie einfach mal tausend Leute pro Land neu einstellen, die dann einfach nichts anderes machen, als die ganze Zeit Daten sammeln. Oder einfach extrem viel hochauflösendes Material zukaufen. Ich meine, das kann auch eigentlich so schwer nicht sein. Das ist ... Das stimmt. Es muss dafür einen Grund geben. Entweder es ist, also halt beim Kartenmaterial kann ich mir nicht erklären, aber bei diesem Streetview, vielleicht hat das sogar wieder ein bisschen einen Datenschutzaspekt, dass man hier nicht hingeht und jede Gasse beleuchten möchte. Ich weiß es nicht. Wobei, mit diesem Lookaround, du hast ja angesprochen, Streetview, also Google Streetview kommt im Grunde, also Apples Kopie kommt jetzt in die Karten-App. Das sieht viel, viel geiler aus. Muss man einfach so zugeben. Da hat Apple den Vorsprung immerhin. Es sieht ... Gut, können vielleicht jetzt auch nur die Marketing-Bilder sein, aber wenn es so aussieht, dann in der Karten-App, das ist fast wie ein YouTube-Video. Und man kann, das ist ja dreidimensional, also man kann sich da so locker, flockig durchswipen. Sieht auch irgendwie ein bisschen smoother und netter aus als bei Google. Und Points of Interest, alles hast du da dabei. Aber halt auch wieder nur in den USA, oder? Bisher. Ja. Ja. 360-Grad-Ansichten. Aber hey, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wo du gerade sagst Marketing, wie gut es ist. Ich fand das bei der Demonstration der Neuerungen in Siri wieder sehr eindrucksvoll, wo ich auch mit einem Kollegen sagte, ganz im Ernst, als ob, als ob, als ob. Also wir wussten im Vorfeld, Siri wird sich verbessern müssen und es wird sich sicher auch verbessern. Also ich möchte nicht relativieren. Ich finde nach wie vor das Gesamtpaket sehr gut. Aber was sie halt gestern gemacht haben, ist, sie haben halt gezeigt, wie sich Siri verbessern soll. Auch von den Fähigkeiten, aber vor allem von der Stimme. Und das ist zunächst auch US-only. Ich weiß nicht genau, ob das, das habe ich noch nicht herausgefunden, ob es auch für Deutschland das neue Stimmen gibt, die deutschsprachigen. Sie haben halt gesagt, die Stimme wird komplett neu modelliert. Sie haben, bis jetzt gab es ja immer so diese berühmten Siri-Menschen, also der Mensch zu der Stimme, der quasi die Blaupause geliefert hat. Und bei Computerspielen gibt es das schon länger. Und jetzt haben sie es auch bei der Sprache. Dieses neue Siri, so haben sie es erklärt, ist komplett synthetisch aufgebaut und soll daraufhin so deutlich besser werden. Sie haben dann so zwei Sätze vorgespielt, also einen Satz vorgespielt in zwei Referenzproben quasi. Das eine ist das Original und sie haben auch absichtlich einen total komplizierten Satz genommen. Irgendwie die Definition des absoluten Nullpunkts in der Kelvin-Skala. Das ist etwas, der hat sich angehört so, ja, ganz verständlich. Und das meinte dann auch die Frau so, ja, klingt okay. Und dann kam halt die neue Serie. Und da, scheiße, jetzt ist mein Siri am Mac angegangen. Was soll denn das? Kann ich denn jetzt? Fuck. Moment. Solange die Aufnahme läuft, ist ja alles gut. Ja, die Aufnahme läuft. Okay, ich habe jetzt euch alle irgendwie rausgebracht, wenn mich auch. Jetzt bin ich wieder da. Also der neue Ton, die neue Stimme war halt wirklich, es klang fast wie so menschlich, sehr ausdrucksstark. Betonung, also quasi auch dieser letzte Satz von diesem Demosatz, der letzte Teil war halt einfach, das war so ein mehrfach geschachtelter, mit Kommas unterteilter Satz, den, da haben diese Sprachsynthese Sachen immer ihre Schwierigkeiten, das weiß man. Und da wollten sie halt einfach zeigen, wie geil das jetzt klingt. Und das hat mich fatal an die Demo von Google Duplex erinnert, die in der Demo unfassbar beeindrucksvoll war. Und das jetzt auch. Und ich, also das möchte ich erst mal sehen. Ernsthaft, das möchte ich erst mal sehen. Wenn das wirklich so gut ist, wäre es Legende. Vor allem hören. Aber ja, hören. Das Ding, was mich eher enttäuscht hat bei Siri, ist nicht diese Stimme, weil die hat mich bisher, also ich hätte es nie gesagt, oh Siri muss endlich natürlicher werden oder besser klingen. Nein, sie soll endlich intelligenter werden. Und da hat man wieder nur bruchstückartig Fortschritte gemacht. Also, heißt wahrscheinlich weiterhoffen auf iOS 14. Wird das endlich der Siri-Overhaul, den wir irgendwie uns alle wünschen? Naja, ein paar Dinge gibt es trotzdem. Zum Beispiel auf dem HomePod. Da gibt es jetzt, nee, warte mal, das war doch auf dem HomePod. Da kann man, der kann jetzt unterscheiden nach Stimme, welches Familienmitglied oder welcher eingeloggte Nutzer spricht und so personalisierte Nachrichten und Playlisten, Erinnerungen und so weiter vorlesen. Das ist eine nette Sache. Die haben wir schon im Vorfeld, das war ja auf der Gerüchte-Liste drauf, hat sich bewahrheitet. Aber war auf der Gerüchte-Liste ziemlich weit hinten. Es gab da Patentanträge, aber ich dachte, ich hätte persönlich damit gerechnet, wie ich Apple eingeschätzt hätte, das bringt es erst mit der HomePod 2. Also da muss ich sagen, Pluspunkt für Apple, sie lösen das in Software, gut gemacht. Stimmt. Der HomePod hat auch noch ein anderes, also es gibt Hand-Off für HomePod jetzt. Kann man also, wenn man nach Hause kommt zum Beispiel und über die AirPods Musik gehört hat, spielen die automatisch auf dem HomePod weiter, finde ich persönlich, das stelle ich mir wahnsinnig gut vor. Davon in die Nähe vom HomePod musst du das iPhone drücken und das kann auch irritierend sein. Ich weiß nicht, wie nah man rankommen muss, aber wenn du dem, also MacLive hat zum Beispiel Überschrift, Zwischenüberschrift, Hände weg vom HomePod. Wenn du halt, das finde ich ganz interessant, ich finde es generell cool, aber es könnte dich auch irritieren. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass der sich darauf konzentriert, dass du, also du musst wahrscheinlich nicht von draußen reingekommen sein, damit das greift, natürlich nicht. Und wenn du dem HomePod zu nah kommst, springt halt einfach die Musik auf den HomePod. Aber auch, und das finde ich tatsächlich ein bisschen nützlich, Anrufe. Also man kann ja den HomePod auch als Freisprecher benutzen und du kannst halt da Anrufe auf den HomePod legen und auch wieder zurückholen aufs iPhone, wobei ich gerade nicht weiß, wie sie das machen wollen. Aber bis jetzt musst du das da immer, da musst du halt klicken. Ich habe zum Beispiel letztens, das ging jetzt auch ganz gut, du kannst von der Apple Watch Anrufe wunderbar aufs iPhone holen, aber das einfach so in die Nähe halten, ist praktisch, ja. Wo wir gerade bei den Airpods waren, die haben noch was bekommen, nämlich die lesen jetzt auf Wunsch automatisch einkommende Nachrichten vor. Heißt, wenn dir jemand über iMessage oder sonst wo irgendwo schreibt, dann lesen die Airpods und damit auch Siri den Text vor und du kannst automatisch darauf oder halt im Flow darauf antworten. So, ohne dass du Siri sagen musst, jetzt lies mal vor hier, sondern das funktioniert automatisch und Audio Sharing with Airpods gibt es jetzt. Du kannst, wenn du die iPhones, glaube ich, zueinander hältst oder wie funktioniert denn das? Pair two sets of Airpods to one iPhone and a J. Also man kann halt, wenn es zwei Airpods Nutzer gibt, ich glaube, das funktioniert auch nur mit zwei, ja, two sets of Airpods und die hören dann halt von derselben Quelle mit. Aber das ist etwas, also das habe ich nicht so ganz verstanden, weil es gab vor kurzem auch das Gerücht, dass das nur mit den neuen iPhones möglich ist, weil nur da duales Bluetooth, dual Bluetooth Audio funktioniert. Brauchst du dafür jetzt auch zwei iPhones? Nein, das glaube ich nicht. Ein iPhone schickt den Audiospur auf zwei Airpodsets. Genau, so lese ich hier das ab. Wie machen wir denn das? Die haben auch ein Screenshot hier und da ist ein iPhone mit dieser Musikquelle Auswahl und zwei Pairs of Airpods, also nicht irgendwie zwei Stöpsel, sondern zwei Pächer. Ja, aber das verstehe ich nicht, weil ich hatte das letztens noch gesehen und auch darüber geschrieben, dass sie halt sagen, so künftige iPhone-Generationen unterstützen vielleicht dual Bluetooth Audio. Bis jetzt geht das ja nicht. Du kannst ja bis jetzt nur, du kannst Bluetooth-Verbindungen zu mehreren Geräten, Apple Watch, Airpods und so machen, aber du kannst das Audio halt nur zu einem Ausgewählten schicken. Also, was ich mir vorstellen könnte, ja, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass nur mit den neuesten Airpods funktioniert. Dass vielleicht der Chip irgendwas macht. Weiß nicht. Oder mit den neuesten iPhones. Wäre schon möglich. Haben eigentlich die neuesten iPhones Bluetooth 5? iPhone XS? Glaubt. Das weiß ich gar nicht. Aber sollten sie haben, von dem her wäre ja, ich schaue gar mal nach. Ja, 5.0. Damit müsste das schon möglich sein, oder? Also, ja, nein. Dachte ich bis jetzt eigentlich nicht, aber ich bin auch kein Experte für Bluetooth. Du kannst, doch, ich glaube, du kannst auch mittlerweile einen Beats und, Beats und Airpods gleichzeitig an deinem iPhone hängen haben. Ich glaube, das funktioniert schon. Und dann hin und her wird es. Auf jeden Fall, aber nicht gleichzeitig, dass sie gleichzeitig Ton kriegen. Das war ja das Ding. das stimmt. Aber ich glaube, das hat dann vielleicht wieder mit dem Prozessor was zu tun. Also, dass die neuesten Airpods das können, wer weiß schon. Okay, wir sind nicht genug gutes Experten. Jedenfalls steht es so auf der Apple Homepage und sie haben es so angekündigt und es wird schon funktionieren irgendwie. Ja, also, was ich zu diesen Airpods-Funktionen, was mir dazu durch den Kopf gegangen ist, als sie das so gezeigt haben, fand ich es cool, so, wo ich nachher näher darüber nachgedacht habe, habe ich mir aber gedacht, hm, eigentlich gar nicht so. Weil wenn du mir das so vorstelle, ich laufe durch die Gegend, dann kommt eine Nachricht, die wird dann automatisch hervorgelesen. Vielleicht will ich das ja in dem Moment gar nicht, so, dass ihr das komplett vorliest. Was ich mir gewünscht hätte, wäre bei dieser Funktion etwas, das ja halt irgendwie über die Airpods-Signal realisieren, dass er kurz halt sagt, Siri, vielleicht so, ich bitte nicht wieder hier, dass er sagt, es ist eine neue Nachricht da und dass man, früher musst du sowas labern, dass er das halt vorliest und jetzt hätte ich mir gewünscht, mal einen Tipp drauf, zum Beispiel so, dass er es dann vorliest, weil in der Situation will ich vielleicht gar keine lange Nachricht vorgelesen haben. Es wäre cool, wenn sie es ankündigt, zum Beispiel, neue Nachricht von und dann wartet sie fünf Sekunden oder so und wenn du in der Zeit nicht reagierst oder nicht Nein sagst oder so, dann liest es vor. Oder so. Oder halt umgekehrt eben, dass du halt, dass du reagieren musst, also irgendwie reagieren, ohne sprechen zu müssen, das hätte ich mir gewünscht. Es muss schon ziemlich automatisiert, weil sonst kannst du gleich sagen, ähm, hey, Sprachassistent, ähm, lies mir die Nachricht vor, das geht ja jetzt schon, also das ist ja ein Feature, das ist optional und wenn, dann muss es schon in einem Flow passieren. Ja. Nun gut, das zu Siri äh, und der neuen Stimme. Äh, nimm 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 nimm. Was haben wir sonst noch? Ja, die Erinnerungen-App. Ziemliches Update haben wir aber auch schon in den Leaks gesehen, wie das aussieht mit diesen neuen Kategorien. Man kann jetzt, ähm, das schön in Farben und in Icons unterteilen, Arbeit, ähm, meine Erinnerungen, meine To-Do-Listen, meine Einkaufsliste, das wird übrigens ein ziemliches, äh, ein ziemlicher Schlag sein für manche Drittanbieter-Erinnerungen und Notizen-Apps, weil die sind teilweise krass teuer, also die verlangen da irgendwelche Abo-Dienste, weil einfach Apple das bisher nicht gebacken bekommen hat. Klar, ähm, die ist jetzt vielleicht auch noch nicht das Wunder-Ding, aber die ist schon ziemlich, äh, intelligenter geworden, vor allem viel umfangreicher und Roman hat mich gerade schon darüber informiert, dass die jetzt wohl, äh, äh, Sätze in Erinnerungen umwandeln können wird, oder? Das soll so sein, ja, dass man schreibt irgendwas und dann extrahiert er daraus halt Ort und Zeit und, ähm, Titel, aber da hast du halt auch sehr richtig, äh, angemerkt, du bist wahrscheinlich schneller im Direktanliegen auf alt hergebrachte Weise, weil das ist ja auch sowas, also wenn das, wenn das eine ähnliche Qualität hat, wie diese automatischen Antwortvorschläge in iMessage, dann möchte ich es nicht benutzen, weil die sind ja, ganz im Ernst, ich hab mir schon ganz oft überlegt, so, äh, du schreibst irgendwas und ich tippe dann auf einen dieser Antwortsätze, können wir später sprechen, oder so, also, ein bisschen cleverer muss das schon sein. Notlösung, es ist eine Notlösung, also ich seh's jetzt gerade hier so, wie Apple sich das vorstellt, da kommt dann zum Beispiel eine Nachricht, äh, in, in iMessages kommt dann zum Beispiel einen, ein Push von der Erinnerungen-App, ask Chloe about the presentation because you're messaging Chloe. Ähm, also es ist schon creepy, dass der quasi mitliest und das irgendwie checken soll, wenn's funktioniert, bin ich all for, ich trau da Apple auch in Sachen Datenschutz, kommen wir übrigens gleich noch zu, ähm, aber, tja, das muss zuerst mal so funktionieren. Ich glaube auch tatsächlich, dass das etwas ist, das auch, deswegen klappt das auch ganz oft bei anderen Anbietern nicht so richtig gut, Englisch ist einfach eine, in vielen Punkten etwas einfacher aufgebauter Sprache, etwas formalisierter irgendwie auch und, und Deutsche drücken sich auch in vielen anderen Sprachen drücken sich einfach manchmal extrem verschwurbelt irgendwie aus. Ich glaube, dass es für jeden Algorithmus noch eine harte Challenge irgendwie daraus was herzustellen. Hast du recht, ist ein guter Punkt. Ja. Jesus Christ, was passiert hier? Okay. Da hast du auch schon gesagt. Ja, die Erinnerungen-App noch, also es gibt smarte Listen, man kann jetzt Bilder einfügen, man kann, ähm, Checklisten machen, also ist alles ein bisschen, ein bisschen schicker als bisher und einfach, ja, ähm, ein bisschen intelligenter. CarPlay. Ja, da gibt's, das möchte ich wirklich ausprobieren mal. Also ich bin jetzt über, ha, also ich, ich muss mir die Beta ziehen. Also wenn ich mir wieder die ganzen Marketing-Bilder von Apple hier ansehe, ich will's endlich austesten. Ähm, CarPlay bekommt jetzt so ein Dashboard, also wenn du die, die Navigation offen hast zum Beispiel, dann, ähm, ja, abwandert die so ein bisschen nach links und rechts hat man ein Dashboard, das immer am Start ist, das immer da ist, da ist da Musik, ähm, Steuerung, da hat man Erinnerungen, da hat man Kalendereinträge und glaube auch die Nachrichten dann drinnen, weil bisher ist es so, dass die eher so, ähm, so Push-Nachrichtenartig reinploppen. Also so wie man's am iPhone hat, wenn ne Push-Benachrichtigung reinkommt und auf sehr kleinen Displays, ähm, kommt das schon vor, dass da mal ein Drittel des Displays einfach weg ist. Also ich hab das bei unserem Golf, da ist schon, also das nimmt schon einiges am Platz weg, also so deutlich besser gelöst, dass man das aufteilt, ähm, in links und rechts und dann kann man auch so durchswipen. Also auf dem Marketing-Bild ist halt so ein, ein breiter, ein breites Autodisplay. Klar, es gibt jetzt auch quadratische Displays, wo man sich dann denkt, macht das wirklich Sinn, das so zu splitten oder wäre oben und unten besser? Ja, mal schauen, ob man das auch einstellen kann. Ähm, ja, und dann sind auch Erinnerungen und Kalender und so, ähm, Musik wurde ein bisschen schicker gemacht auf CarPlay, also alles, äh, ein bisschen verfeinert und ausgedünnt, sagen sie. Und jetzt, kommen wir zum, zum Punkt Datenschutz und das haben sie mal wirklich wieder, ja, auf ein Level gehievt und vor allem auch überall, überall war dieses. Ja, da werden die Agenturen drüber fluchen, das weiß ich, sehe ich jetzt schon. Ich finde, das ist auch so ein Punkt, wo, das ist nicht viel vorwerfen kann, weil das ist einfach, es ist stark, was sie in dem Bereich machen und da haben sie eine Pionier, äh, eine Pionierfunktion definitiv in der, in der Tech-Branche. Gerade heute noch ein Interview aufgetaucht mit, also ich, im Rahmen der WWDC, so ein, äh, Software-Technology-Vice-President, der hat gesagt, äh, im Moment lehnen sie 40% der Apps ab, die wöchentlich eingereicht werden, die meisten wegen Datenschutzbedenken. Wenn man auch denkt, 40%, what the hell? Ähm, das war zu Jobs-Zeiten, äh, noch ganz anders, ich kann mich nur erinnern an seine, äh, berühmte, ein berühmtes Interview mit Walt Mossberg, wo Apple vorgeworfen wurde, ja, die lehnen irgendwie so viele Apps ab und das ist doch unfair und dann hat er gesagt, 95% of all apps get approved within 7 days oder so irgendwie. Das hat sich also deutlich geändert, aber wohl auch beim, äh, für den Nutzer zum Guten und Privatsphäre ist nicht nur im App Store sehr wichtig, sondern man hat, ähm, einiges gesagt, zum Beispiel HomeKit, ähm, gibt es jetzt für Überwachungskameras, ähm, verschlüsselte Videoaufnahmen, die werden dann komplett verschlüsselt in die Cloud hochgeladen, ähm, und obwohl es keinen, keinen iCloud-Speicher braucht vom Nutzer, gut, das wäre aber auch. Für 10 Tage, glaube ich, ne, Aufzeichnungen für 10 Tage werden archiviert, ja. Ja, das ist gut. Die werden archiviert, ja, ist eine tolle Sache, wobei ich mir dann auch wieder, also, wenn sowas iCloud-Speicher gebraucht hätte, das ist wieder sowas, wo Apple sagt, ja, schau, wie toll wir sind, wir, 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 wir nehmen dir dafür den Speicher nicht weg, aber da denke ich mir auch, ja, also, ja, ähm, und dann, das, ich glaube, das Haupt, das Hauptding war Sign-In with Apple. Das ist wirklich toll. Das ist eine ganz spannende Sache. Also, da muss ich wirklich sagen, das ist, weil wir haben ja zurzeit ein richtig großes Problem, also, es gibt unglaublich viele Apps, immer mehr, die bieten halt diese klassischen Anmeldedienste an, ähm, am beliebtesten ist Anmelden mit Facebook, dann kommt irgendwie Anmelden mit Google, Anmelden mit Amazon, gibt es teilweise auch, mit Twitter wird noch genutzt und angeboten. Ich muss zugeben, ich benutze das auch regelmäßig, weil es einfach, also, ich möchte nicht 50 Accounts bei verschiedenen Diensten da, mit verschiedenen Passwörtern, du musst dich halt immer darauf verlassen, dass der Anbieter, über den du halt gehst, nicht nur sicher ist, im Sinne von, dass er es hinkriegt, seine Sicherheit zu gewährleisten und nicht sich hacken lässt, sondern auch, dass du damit kein, kein Crap anstellt. Und, ja, nun, Facebook ist einerseits sicherlich der allerletzte Partner, dem man irgendwie da eine Schlüsselrolle zugestehen würde, andererseits muss ich auch sagen, es ist so unglaublich einfach. Also, egal wie es geht, wenn die das neueste Framework benutzen, einfach blitzschnell und sonst musst du irgendwie, zehn Felder ausfüllen und jetzt gibt es halt die neue Sign-In with Apple, dass das eben ergänzen soll und nicht nur so, es wird auch, sie haben dafür gesorgt, dass es relativ zügig eine prominente Funktion hat, also prominente Verbreitung haben wird, denn es wird für alle Apps Pflicht, die einen anderen Single Sign-On, also so nennt man diese, diese One-Click-Anmeldung halt, Dienst anbieten wird. und das ist, das wusste ich gar nicht, das ist Pflicht jetzt für die Entwickler. Ab Herbst ist das so. Das ist ja krass, weil mein Punkt war jetzt immer so, naja, das werden die meisten nicht machen, weil bei Facebook schneidet man noch Daten mit oder so, da kann man vielleicht noch auf ein paar Profildaten zugreifen und schön und irgendwie noch, aber krass. Ja gut. Es gibt auch schon erste Reaktionen natürlich, wenn man sich das vorstellt, übrigens witzigerweise ein Politiker, ein SPD-Abgeordneter, ein sonst kleines, unbekanntes Licht eigentlich, hat ein sehr bemerkenswertes Statement dazu gemacht, nämlich, ja, jetzt versucht Apple, seine Marktmacht auszunutzen und andere Unternehmen wie Facebook herauszudrängen. Das sind dieselben Kader, die früher immer gesagt haben, Facebook wird zu mächtig und man müssen diesen Einfluss zurückschneiden. Also letztendlich ist es natürlich dieselbe Frage, wem soll man die Hoheit über solche universellen Login-Dienste geben? Der Staat hätte da theoretisch schon vor Jahren irgendwie aktiv werden können und so eine Art total gesichertes Behörden-Login bieten können, hat er aber nicht, wird er auch nicht, aufgrund mangelnder Digitalkompetenz, zumindest hier, also wurde diese Lücke von Unternehmen wie Facebook ausgefüllt und wenn ich jetzt die Wahl habe, wie ich gerne meine Datenschutz, meine Privatsphäre zugunsten meiner Bequemlichkeit unterhüllen möchte, dann wohl lieber mit Apple als mit Facebook. Ich meine, wie funktioniert es denn? Nochmal ganz kurz, du gibst im Grunde, also du drückst auf den Button, Sign in with Apple und dann kann man auswählen, welche Daten man gerne mit dem Entwickler teilen möchte und dann gibt es dann eben Name, E-Mail-Adresse, ich glaube sogar Telefonnummer oder so, je nachdem kann man halt so wie eine Checkliste quasi und wenn man nicht möchte, dass gewisse Daten geteilt werden, dann werden die auch nicht geteilt. Also das liegt in den Händen des Nutzers, wortwörtlich. Und das Beste, wenn man nicht möchte, dass seine E-Mail-Adresse geteilt wird, dann wird eine zufällige E-Mail-Adresse von Apple generiert, so eine Random-Adresse, die irgendwie aus Buchstaben und Zahlen besteht, alles komplett automatisch und die E-Mails werden weitergeleitet, verschlüsselt an deine echte E-Mail-Adresse. Der Entwickler bekommt nie deine private E-Mail-Adresse zu Gesicht und wenn man sich von der App abmeldet, wird die E-Mail-Adresse sofort gelöscht. Ja, und du kannst, glaube ich, auch irgendwie selbst löschen, wenn du von denen irgendwie zu viel Spam-Hörungen so bekommst, dann kannst du diese Wegwerfer-E-Mail-Adresse eben auch wegwerfen. Ich glaube, das wird viele halt noch mehr ärgern, wobei man auch sagen muss, letztendlich ist das eigentlich ganz geschickt gelöst, weil der Kontakt zwischen Entwickler und Nutzer, der ist ja weiterhin da, nur du kannst die Leute halt nicht mehr so dermaßen zu spammen. Ich glaube, letztendlich werden sie sich wahrscheinlich relativ schnell, zumindest hier in Deutschland, arrangieren, weil es klingt auf den ersten Blick, gerade mit diesen Adressen, dramatisch. Andererseits musstest du ja bis jetzt auch schon immer, also gerade die DSGVO und die letzten Novellen haben ja verlangt, dass du in jeder E-Mail einen ganz, ganz einfachen Sign-Off-Abmelden-Button integrieren musstest, so. Am Ende werden sie wahrscheinlich finden, dass das gar nicht so schlimm ist, aber gerade dieser Zugriff auf die Profildaten sozusagen, die du halt so einschränken kannst, ist großartig für Verbraucher, für Agenturen und Entwickler sicherlich eine Herausforderung. Und vor allem für Transparenz, finde ich. Weil, um ehrlich zu sein, um ehrlich zu sein, 95% der Leute, die Sign-In with Facebook benutzen, oder 98%, die denken sich nichts dabei. Die denken sich nichts, oh Gott, werden da jetzt Daten geteilt oder so, die sehen, ah, Facebook-Logo, optimal, da habe ich ja einen Account, da drücke ich drauf und drin bin ich, wunderbar, wie toll das heute funktioniert. Und jetzt mit Apple ist wahrscheinlich das selbes Spiel, nur vielleicht, dass da der Trust-Level noch höher ist, weil man denkt, top, Apple-Logo drücke ich drauf und bin ich drin. Aber da sehen sie, aha, wenn ich hier drücke, werden Dinge geteilt. Vorher musste ich vielleicht eine AGB oder so ankreuzen, aber gut, das liest hier kein Mensch durch. Jetzt sehe ich, der Entwickler wird Zugriff bekommen auf diese Daten. Ist das okay? Das hat man bisher einfach so nie gehabt, diese Transparenz und dieses Zwischen-Level-Ding, dass Apple da quasi vermittelt zwischen, der will die Daten und der gibt die Daten her. Es ist halt schon Next Level. Das macht so einfach niemand. Bei Facebook muss man sagen, ist es ein bisschen so, so, mal so, mal so gewesen. Es gibt ja verschiedene Versionen dieses Facebook-Dialogs und bei einigen gibt es dann schon so ein Zwischenbildschirm, wo du halt siehst, der bekommt Zugriff auf das und das und da kannst du das auch noch bearbeiten. Witzigerweise aber nicht immer. Also zum Beispiel bei Foursquare ist einfach immer nur weiter fortfahren. Und bei anderen, beim ersten Anmelden, kriegst du halt schon das und du kannst es auch bearbeiten. Du kannst zum Beispiel dann alle Rechte wegklicken und dann kannst du es weiterprobieren und manchmal sagen sie dann halt, klappt so nicht und manchmal geht es halt schon. Aber es war eben nicht immer da. Und ja, bei Apple, ich kann mir halt auch vorstellen, dass die dann sehr prominent das Platzieren werden, wahrscheinlich als oberstes in der Liste, dass Apple das irgendwie so machen wird. Und es wird mit Face-ID respektive Touch-ID gemacht, was natürlich folgerichtig ist. Ja, aber das war es so ziemlich von iOS 13. Wir sind auch schon bei Dreiviertelstunde von diesem Podcast. Es wird eine lange Episode vermutlich, aber klar, iOS 13, der mit Abstand größte Block wahrscheinlich von heute. Es gab noch ein paar Kleinigkeiten. Eine neue Health-App, da gibt es so ein bisschen neue Menüs und so. Die spielt dann auch toll mit WatchOS 6 zusammen. Es gibt ein neues Schriftarten-Management. Es gibt eine neue Files-App, also die Dateien-App. Die wird auf dem iPad, auf dem iPadOS noch viel smarter. Auf iOS soll sie zumindest jetzt externe Festplatten und Sticks und so erkennen. Es gibt IR-Kit 3 für Entwickler. Die, also die Schnittstelle soll nochmals massiv einfacher machen für Entwickler-AR-Apps auch endlich massentauglich in den App-Store zu bringen. Auf Safari eine neue Startseite und ja, alles mögliche. Voice-Control, auch sehr spannend. Da kann man im Grunde ähnlich wie auf macOS auch das iPhone komplett mit Stimme steuern. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Level als Siri. Zielt natürlich auf körperlich behinderte Menschen ab, die damit das iPhone viel effizienter benutzen können, als das mit Siri oder anderen Accessibility-Features möglich ist. Da kannst du wirklich jeden Schritt, jeden Tab, jeden Scroll einfach ansagen und das iPhone hört dir zu und führt aus. Ja, da gab es ein sehr eindrucksvolles Video. Ich muss zugeben, ich werde das ausprobieren, weil nicht alle Sachen sind, wären die es auch für mich praktisch. Zum Beispiel, wenn er jetzt sagt hat, er hat ganz oft irgendwie so mehrere Fotos aus der Gallery halt geteilt, dann sagt er halt Tap-Share und dann musst du halt so mit so Ziffern auswählen, was du jetzt sharen möchtest, iMessage und so weiter. Das, ja, das kann ja auch so, aber gerade so bestimmte Bedienstschritte auch so aus der Ferne irgendwie zu machen, habe ich mir schon öfter gewünscht. Zum Beispiel, ich weiß nicht, also lauter. Also irgendwie bei mir zum Beispiel ist Siri mir immer zu leise, wenn ich aus der Ferne, ich kann es zwar ansprechen, aber dann ist es mir zu leise, dann würde ich einfach sagen, mach es lauter, verdammt. Geht ja auch jetzt. Also das war im Video auch zu sehen oder halt auch zu hören, wie der Typ da gesagt hat, play it louder. Und das hat das dann irgendwie gemacht. Ja, Roman, wir wechseln von iOS zu iPadOS. Was hältst du davon sonst? Damit wir hier ein bisschen vorwärts machen. Wenig, muss ich sagen. Also von iPadOS, also von den Neuerungen bin ich begeistert. Ich würde mich fast wieder dazu bringen, ein iPad zu kaufen. Aber ich finde, also lassen wir uns mal kurz über dieses Rebranding vom iOS fürs iPad reden. Also ich finde das total irritierend, ehrlich gesagt. Weil ich weiß noch, es fühlt sich an wie ein Rückschritt. Damals irgendwann haben sie von iPhoneOS, so hießen das die ersten bei Updates, haben sie es in iOS gewandelt. Und das fand ich auch völlig folgerichtig. Also wir wissen, iOS ist das Betriebssystem für die Mobilgeräte, für iPad und iPhone. Und irgendwie sind es zwar verschiedene Funktionen auf verschiedenen Geräten da, aber es war irgendwie jedem eigentlich klar, es ist ein System, ein Stamm, eine Basis sozusagen und nicht irgendwas grundlegend anderes. Und das ist es ja auch jetzt nicht. Also iPadOS ist ja im Grunde weiterhin iOS. Es heißt jetzt nur anders. Es macht alles ein bisschen weniger. Also wir müssen jetzt irgendwie wahrscheinlich immer noch über ein weiteres Beta- und so weiter Programm reden. Im Grunde ist es iOS einfach in der iPad-Version. Ich finde es sinnlos. Ich finde es wirklich, wirklich sinnlos. Nur diese Namensgebung. Also weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist auch ein zukunftsgerichteter Schritt, Roman. Also ja, ich ziehe da mit dir mit. Ich habe es noch nie so gesehen. Ich finde es ein spannender Punkt. Aber du musst sagen, das ist die erste Version von iPadOS quasi. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich zum neuen Brand jetzt wird und dass man sagt, es gibt nächstes Jahr iPadOS 2, iPadOS 3. Das wird dann vielleicht nicht iPadOS 14 sein nächstes Mal. Und vielleicht geht das jetzt, vielleicht hebt iPadOS in eine völlig andere Richtung ab. Also jetzt haben sie zwar so getan, als wäre das jetzt der große neue Schritt. Aber eventuell war das erst der Anfang. Und dann ergibt es schon Sinn, das zu trennen. Und da muss man sich nämlich nicht rechtfertigen. Das ist jetzt ja gar nicht mehr iOS, sondern das ist irgendwie was, das ist mehr Desktop-artig, was da mittlerweile passiert. Und am Endeffekt kannst du... Also ich glaube, das ist eine gute Sache fürs iPad, weil man endlich jetzt sich guten Gewissens dran machen kann, das Ding wirklich als Laptop-Ersatz auszurichten und wirklich computertauglich zu machen. Aber das glaube ich nicht. Also das werden sie nicht tun. Allein schon deswegen nicht, weil sie damit das MacBook abschaffen würden. Ich glaube, sie haben sich damit selbst in eine Sackgasse gebracht. Erstens ist iOS, also iPadOS wird weiterhin die Code-Basis von iOS bleiben mit extra Features fürs iPad. Und das wird sicherlich noch mehr werden. Aber persönlich kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass so jetzt gibt es iPadOS 13, dass sie dann nächstes Jahr daraus iPadOS 2 machen werden. Hinzu kommt, sie werden es immer irgendwie vermeiden, iPadOS so umzumodeln, dass daraus wirklich ein vollwertiger Mac, also ein vollwertiger Desktop-Notebook-Ersatz werden könnte. Sie bringen es... Und ich glaube auch ein bisschen... Ich frage mich halt auch, in welche Richtung das geht. Da kommen wir jetzt gleich so ein bisschen in die Richtung der Features, der Neuerungen. Weil einerseits ist es gut, dass man bestimmte Aufgaben besser erledigbar macht, als sie es bisher an einem Mobilgerät waren. Andererseits müssen sie und werden sie auch dafür sorgen, dass es eben nie wirklich zu gut gelingt, weil sonst werden sie halt kein Mac mehr verkaufen können. Die Tastatur wäre dann irgendwann das Einzige, was dann noch zwischen einem iPad und einem Mac steht. Und die kann man per Tastatur-Keyboard-Case irgendwie auch umgehen. Also wir können jetzt mal gucken, was haben sie wirklich da neu gebracht. Und reicht das, ist das auch langfristig gesehen ausreichend, um einen neuen Namen mit all diesen ganzen Verbraucher-verwirrenden Implikationen noch zu begründen. Aber du sprichst dir ja im Grunde auch selber, wenn du sagst, auf der einen Seite, das werden sie nicht machen, weil kannibalisiert den Mac. Und auf der anderen Seite, sie erreichen es nicht, weil der Mac immer noch besser ist. Das geht ja nicht zusammen. Außerdem dieses Argument, dass das iPad den Mac kannibalisiert. Na und? Dann kaufen die Leute halt ein iPad. Ich glaube nicht, dass Apple jetzt mal aus BWL sich gesehen daran viel weniger verdient. Weil so ein iPad, die sind auch verdammt teuer geworden. Und da kommen sowieso nur die iPad Pros in Frage. Jemand, der sich irgendwie ein MacBook kauft für eineinhalbtausend Euro, der wird nicht zufrieden sein mit einem iPad. Sie wollen ja den Mac nicht kannibalisieren, haben sie ja immer gesagt. Sie wollen ja nicht, dass die Leute sich ein, sie sagen immer, alle sagen, dass alle Manager so ein iPad ersetzt, keinen Computer, sondern es ergänzt das Anwendungssetting. Ja, das wird ja auch weiterhin so machen. Aber ich glaube trotzdem, dass das iPadOS so ein bisschen der Anfang war, jetzt das iOS, also auf dem iPad zumindest, in eine deutlich professionellere Richtung sich entwickeln kann. Und ich meine, sehen wir ja jetzt mit iPadOS, denn was ist wirklich anders? Die ganzen Features von iOS 13 müssen wir nicht wieder wiederholen. Also Erinnerungen, Kalender und Fotos-App ist alles auch auf dem iPad natürlich neu. Aber auf dem Homescreen beginnt es schon mal, denn da kann man jetzt links die Widgets zum Beispiel reinwischen. Endlich, ein bisschen zumindest. Nur links in dieser Leiste und so. Genau, also es ist im Grunde wie die Benachrichtigungs-, äh, nicht Benachrichtigungs-, also wie die Widget-Ansicht, die man immer links hatte, einfach auf dem Homescreen gepflanscht. Also, ja. Es ist ein Anfang, ne? Es ist ein Anfang. Sie wollen uns keine frei positionierbaren, frei schwebenden Widgets geben. Ich glaube, sie haben einfach Angst. Es könnten chaotische, unaufgeräumte, uncleane Homescreens entstehen, was ja auch passieren würde. Da bin ich aber bei Ihnen. Ja, ich glaube, das würde auch passieren. Also, wenn ich mir meinen Schreibtisch auf macOS teilweise ansehe, zum Glück gibt es diese Aufräumfunktion. Ja, also, es, vielleicht hätte man es, aber wer weiß, da kann ja noch vieles kommen. Ja, in Android 2. Ist zumindest ein guter Schritt. Genau. Und die, die, die App, äh, dieses App-Grid ist ein bisschen dichter geworden. Passen jetzt also mehr Apps, ähm, auf den Homescreen, weil ich glaube, die Apps an sich, also die Icons wurden kleiner, so habe ich das verstanden. Hm. Ja, das ist zumindest der erste Schritt. Ansonsten ist es nicht irgendwie revolutionär. Wir haben immer noch diese App-Ansicht. Wir haben immer noch unten das Dock. Wir haben immer noch rechts, ähm, im Dock die zuletzt benutzten Apps. Also, das, äh, wie gehabt. Aber geht natürlich weiter. Slide-Over und Split-View, ähm, wurde intelligenter gemacht. Heißt also, wenn du eine App von rechts oder links reinwischst, die kann man ja, ähm, das verwende ich übrigens oft, sogar an meinem iPad, äh, eher zwei, dass ich, wenn ich YouTube offen habe, schnell mal Safari reinwisch und wieder rauswisch. Das ist eine wirklich tolle Funktion. Und jetzt kann man das auch zwischen diesen Apps, die man reinwischt, kann man hin und her wischen nochmals. Also, du kannst mehrere Apps auf Lager haben quasi, die man jederzeit hinzuwählen kann. Und es gibt jetzt Spaces. Das ist ein bisschen ähnlich wie die Schreibtische auf macOS, aber auch wieder nicht so wirklich. Also, es, du hast zum Beispiel Split-View-Ansicht von zwei Apps. Und das kann man jetzt eben mehrfach haben. Du kannst sagen, ich habe hier Erinnerungen und Safari, mal nur ein Beispiel. Und dann auf der anderen Seite hast du zwei Pages-Dokumente und dann hast du noch irgendwie ein PDF offen und Excel oder so. Das geht jetzt. Und du kannst locker, ähm, äh, durch diese Spaces wischen. Also, das ist schon mal ein ziemlich, ein ziemlich krasser Schritt. Und dann gibt es App-Exposé, auch eine Mac-Funktion. Genau. Man kann also jetzt alle offenen Spaces und alle offenen Apps auf einen Blick sehen und direkt hin und her wischen. Ich finde die Namensgebung ein bisschen irritierend mit den Spaces, weil, ähm, das ist ja schon ein bisschen was anderes. Und im Grunde ist es ja am iPad nicht das, was es am Mac ist. Und diese... Aber es macht, es macht so, schon alleine, weil es auf dem iPad den Homescreen gibt, könnte man es nicht gleich umsetzen. Also, von dem her... Nee, sie hätten es anders nennen wollen, finde ich, irgendwie. Also, einfach der Name ist irgendwie irritierend. Die Sache mit den Fenstern ist großartig, dass du jetzt in mehrere... Dass eine App jetzt mehrere Instanzen haben kann, dass man jetzt mehrere Notizen nebeneinander finden kann. Oder gerade auch mit diesen Dokumenten. Also, wenn ich mir jetzt überlege, Pages oder Word, das gibt es ja wohl auch, dass du zwei Word-Dokumente nebeneinander haben kannst. Und man kann irgendwie Teile der Dokumente markieren und von dem einen in die andere Sache schieben und auch über die App-Grenzen hinweg Inhalte verschieben. Das finde ich großartig. Da kann man sicherlich so als produktiver Textarbeiter... Das ist sicher nicht schlecht. Ja, ich glaube auch. Und alleine diese Spaces in Zusammenhang mit diesem Exposé, dass man einfach den Überblick hat und viele, viele Programme nebeneinander öffnen kann. Du hast es schon angesprochen, endlich kann man zum Beispiel zwei Pages-Dokumente nebeneinander aufmachen. Das war bisher nur in Safari möglich. Und auch da haben wir lange drauf gewartet, dass man zwei Safari-Tabs in Splitview öffnen kann. Ja, es ist jetzt endlich da, immerhin. Aber das ist schon ein großer Schritt. Das darf man nicht unterschätzen. Das haben sich so viele gewünscht und das hat viele, glaube ich, noch vom iPad Pro abgehalten, die jetzt sagen auf dem Mac, ich brauche diese Ansicht. Aber es hört da nicht auf. Zum Beispiel kann man... Was soll ich jetzt sagen? Wolltest du über die Dateien abreden? Nee, wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte was anders noch. Genau, Safari wollte ich ansprechen. Ah ja. Das ist nämlich, glaube ich, auch so, was man in dem Bereich mehr Produktivität und mehr Mac-like, mehr Desktop-like zählen kann. Nämlich, dass man jetzt die Desktop-Version vieler Webseiten anzeigen kann und die werden auf Touch optimiert. Wenn das so funktioniert, Hut ab, Apple. Sie sagen, es funktioniert mit Google Docs und das haben sie sogar auf der Homepage so dargestellt. Und ich meine, das verwendet mittlerweile fast... Also das ist wirklich so ein bisschen das Microsoft Office mittlerweile von vielen im Businessleben. Ja, das ist der richtige Schritt. Ein Download-Manager in Safari gibt es endlich. Also wir haben sehr viel auf der Seite Produktivität. Ein bisschen so wie Mac. Ja, das mit diesem Safari-Desktop-Modus fand ich ein bisschen witzig, weil es gibt ja schon lange diese Option, halt Seiten im Desktop laden, wenn man lange auf diesen Reload-Button drückt, was halt in der Gemeinschaft funktioniert und manchmal nicht. Im iPad hat das bis jetzt immer schon ein bisschen besser funktioniert. Jetzt machen sie halt automatisch die Desktop-Ansicht rein. Ja. Ja, und optimieren es auf Touch. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, weil die Desktop-Versionen, die sind meistens einfach grauenvoll auf mobilen Geräten. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Ist das auch künstliche Intelligenz oder erkennt es da Flächen und Buttons und so? Das hat er gar nicht so richtig ersagt. Er hat nur gemeint, mit vielen bekannten, populären Anwendungen, unter anderem auch WordPress läuft es jetzt wirklich großartig. Man kann damit gut arbeiten. Google Docs, Squarespace, WordPress. Was ich daran so spannend finde, ist, dass sie halt sagen quasi, also früher war immer der Trend so, die Anbieter, Seitenbetreiber, was immer, müssen dem Mobile-First-Trend entgegenkommen oder die müssen sich an die Geräte anpassen. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir passen uns jetzt den Seiten an irgendwie. Also das hat sicherlich auch längerfristige Implikationen noch auf die Appearance der verschiedenen Seiten halt. Also wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, also weißt du, finde ich halt ein bisschen schwierig. In den letzten Jahren ging es halt so ein bisschen so, wir müssen die Sachen alle Mobile-First machen. Ich habe jetzt kurz nicht gehört, weil ich habe keine Postprobleme. So, jetzt. Okay. Und jetzt ist es halt irgendwie so, jetzt sagen sie, alles klar, also auf dem Smartphone bleibt dieser Zwang weiter, möglichst Smartphone-ready. Und jetzt am iPad wird wahrscheinlich der Druck jetzt nachlassen. Jetzt sagen sie, ja, ja. Also ich glaube, für die Entwickler ist das irgendwie komisch, dieses Signal. Also für die Webseiten-Entwickler. Ja, ja, ja. Aber es ist die richtige Richtung, dass Apple jetzt mal dahinter geht und sagt, wir optimieren das, wir wollen, dass der Nutzer das irgendwie, also weil die Entwickler machen es nicht. die, klar, da gibt es Apps und Microsoft und Google bekommt das hin, aber in WordPress oder so, die pfeifen drauf, ob jetzt ein iPad Pro Nutzer das optimal nutzen kann. Und jetzt arbeiten die quasi Hand in Hand mit denen zusammen und das ist der richtige Schritt. Weil wenn Apple das will, dann kann man es auch eher umsetzen. Ja. Naja. Du hast vorhin schon die Files-App angesprochen. Was ist denn da neu? Eine ganze Menge, oder? Ja. Also die Dateien-App. Endlich kann man jetzt. Damit sich unsere Hörerin, die immer kocht, freut. Hallo Laura, bist du da? Es gibt jetzt eine leistungsfähigere Files-App. Das Ordnermanagement ist jetzt auch besser, glaube ich. Aber vor allem, also auf dem iPad ist, das ist ganz spannend, sie haben ein paar Ansichten vom Finder von macOS übernommen. Man kann jetzt die Darstellung, was da jetzt am Mac ist, das unter Darstellungen, wie man das halt sortieren kann, nach Spalten und Listen und Icon View, das gibt es jetzt alles auch auf dem iPad OS. Und die Files-App kann jetzt auch externe Laufwerke erkennen und einbinden. Und das sind USB-Sticks, Festplatten, Speicherkarten, wenn sie denn ready, also so, man muss ja natürlich am iPad Pro hast du USB-C, sonst brauchst du weiterhin diese Adapter. Aber das geht jetzt immerhin. Die tauchen direkt in der Files-App auf und das ist natürlich schon mal ein riesen Fortschritt. Alles bisherige, was so da war, um externe Medien zu verwalten, ist Crap gewesen. Es gab da schon ganz viele Dritt-Apps und auch von Apple diesen komischen Kamera-Adapter-Kit, aber es war irgendwie eigentlich immer unbrauchbar. Jetzt kannst du, zumindest wird das so gepriesen, wirklich vernünftig auf externe Laufwerke einfach zugreifen. Und, was ich noch fast entspannender finde, aber es ist eher nur ein bisschen Spezialistensache, SMB-Netzlaufwerke kannst du anbinden. Zum Beispiel ist das interessant für High Drive Nutzer von der Strato Cloud. Das ist nämlich auch ein SMB-Laufwerk. und das ist mega, muss man wirklich sagen. Insgesamt erinnert mich die neue Dateien-App ganz klar an den Finder. Auch wie die Links mit dieser Sidebar, wie man dies unterteilt hat und so, ist ein gutes Zeichen natürlich. Auch die Tags, also das geht alles in die richtige Richtung, muss man ganz klar sagen. Auch Dropbox ist, glaube ich, besser eingebunden und solche Cloud-Dienste, also nicht nur iCloud Drive. Nee, muss man schon sagen. Insgesamt, wir kommen jetzt gleich noch zu unserer Einschätzung, wie wir den Schritt finden. Eine Sache war noch genau, Apple Pencil, ja, hat auch einige neue Funktionen. Man ist jetzt, glaube ich, Latenz von 20 Millisekunden auf 9 gesunken, was halt irgendwie noch krasser ist. Es klingt irgendwie mega viel. Man muss natürlich auch sagen, einfach die Millisekunde, das ist so eine tausendste Sekunde. Also wie man das jetzt wirklich merkt, vielleicht fühlt es sich noch ein bisschen spritziger an. Es ist jetzt einfach mal die Hälfte der Latenz, aber es ist eine Verbesserung auf sehr hohem Niveau. Ja, besser Verbesserung als keine Verbesserung. Ja, und mit dem Apple Pencil zusammen, ja, es gibt halt noch, was haben sie da, neue Werkzeuge irgendwie. Die Markierung ist besser. Man kann mit dem Apple Pencil von allen Seiten jetzt reinwischen und sofort startet eine Markierung. Man kann so PDFs, Webseiten, Screenjots halt im Nu markieren und anstreichen. Neue Shortcuts gibt es für die Tastatur. Die Tastatur kann man jetzt auch als schwebendes Feld überall auf dem Bildschirm anpinnen. Also wenn man das iPad irgendwie hält und mit dem Daumen in der Mitte tippen will, kann man das jetzt machen. Ach, das haben wir vergessen bei iOS 13. Ja, gibt es auf iPadOS auch dieses Swipen auf der Tastatur, wo es schon einige Drittanbieter-Tastaturen gab. Die werden jetzt wahrscheinlich langsam verschwinden, denn Apple hat das jetzt optional auch gebraucht. Da freut mich wirklich, wie gut das funktioniert. Also... Ja, ich war nie ein Fan davon. Ich auch nicht. Und dann kommen wir noch zum... Ne, eine Sache gibt es. Ja, zu diesen Gesten. Und da wird es für mich schwierig. Das finde ich der einzige Punkt von iPadOS, wo ich so ein bisschen bei der Demo... Na, das finde ich... Das hat nicht so gut ausgesehen. Also, was haben wir denn da alles? Ja, für den Cursor bewegen und Auswahl treffen und so ist halt deutlich einfacher, weil man nicht mehr lange tippen muss und ziehen muss, sondern einfach mit dem Finger so drüber wischt. Keine Ahnung. Es hat irgendwie... Wenn es so funktioniert, okay. Aber dann geht es halt noch weiter. Es wird ziemlich kompliziert sogar. Also für Copy und Paste gibt es, glaube ich, einmal Doppeltipp und einmal Dreifachtipp. Und es ist alles irgendwie... Man muss sich so viele Dinge merken. Ich weiß nicht, wie effizient das im Endeffekt ist. Werden dann die alten Auswahlgesten verschwinden? Das weiß ich gar nicht. Ich habe mal an dem Zeitpunkt... Musste ich gar nicht tippen. Ja, aber gerade dieses Copy-Paste... Ja, möglicherweise. Also Apple hat sich da sicher was bei gedacht und das auch ausgetestet. Eventuell geht das sehr schnell in Fleisch und Blut über, dass man da vielleicht gar nicht mehr weg kann. Aber es hat auf der Demo irgendwie so... Ich weiß nicht. Also so unnatürlich gewirkt, dass ich mir denke, es ist zu kompliziert. Aber hey, das wird ein Test sein. Kann man denn noch auf alte hergebrachte Weise Copy-Pasten? Das meinte ich jetzt so. Glaub schon. Glaub schon. Also vielleicht ist es nur so ein Productivity-Power-Enhancement für Extreme-User. Also ich glaube, das Vergrößerungsglas ist weg, oder? Ich weiß nicht. Also ich meine, da an die Stelle tritt halt dieses Neue Bessere. Ob es ablösend ist oder nur optional dazukommt, weiß ich nicht. Ja. Dieses Auswahl mit einfach nur drüberwischen. Ja, gibt es eine ganze Reihe an solchen Features? Es gibt einen Drei-Finger-Wisch zum Zurücknehmen. Also das finde ich insofern nicht schlecht. Man muss das... Also ich meine, das iPhone-Schütteln ist ja schon komisch. Aber iPad-Schütteln ist völlig strange. Das kannst du jetzt mit Drei-Fingern machen. Ist vielleicht nicht schlecht. Ja. Wird sich im Test dann zeigen. Da bitten wir dann vielleicht nochmal den Manuel, der ja mal bei uns war, oder sonst irgendeinen iPad-Pro-Nutzer, der das dann im Alltag auch für uns testen kann, wie gut das wirklich funktioniert. Allgemein zum ganzen iPadOS dann die Eindrücke. Ja. Ich glaube, wir haben noch eine Sache. Und die, da kann man an dem Bogen nämlich spannen. Roman, was meine ich? Äh. Äh. Sidecar. Ja, Sidecar. Okay, klar. Das ist ein Feature übergreifend, also systemübergreifend iPadOS und macOS Catalina. Was ist Sidecar? Auch in den Gerüchten vorher schon aufgetaucht, dass das iPad als Zweit-Display von Mac, äh, von Macbooks. Und allgemein, glaube ich, macOS funktionieren kann. Drahtlos und über Kabel kannst du ein iPad als zweites Display anbinden. Ich glaube, sogar bis zu zwei. Und kannst du dann auf dem, also das iPad ist dann quasi ein ausgelagerter Desktop oder eine ausgelagerte App vom Mac und vom Mac-Bildschirm. Und im Grunde ist das genau das, was die Gerüchte auch schon gesagt haben. Sogar der Name haben sie richtig geraten. Sidecar war auch vorher schon im Raum. Und der Apple-Pencil, der lässt sich benutzen, um quasi dann in diesem auf das iPad ausgelagerte Fenster zu arbeiten, zu skizzieren, schraffieren, was immer. Das wird sicherlich für Künstler, also so Kreativarbeiter, eine sehr, sehr praktische Sache sein, die dann einen Arbeitsplatz haben voller Bildschirme und dann auch noch ein iPad mit Apple-Pencil. Gerade das ist vielleicht eine spannende Sache. Und ja, es wird Drittanwender-Apps dieser Art, die es schon gab, wie Luna-Display, wahrscheinlich hart unter Druck setzen. Die müssen dann sich heftig was überlegen, um noch irgendwie konkurrenzfähig zu bleiben, weil die kosten ja meistens Geld. Ich habe mir das auch gedacht. Das war bei der Tastatur schon so. Es war jetzt bei der Erinnerungen-App. Es war eben bei diesem Sidecar. Sidecar, das sind so Nischen, die aber tatsächlich Firmen hervorgebracht haben. Klar, das sind dann so irgendwelche Marktführer, die haben sich da, die verlangen dann auch Geld, weil ich meine, gibt es ja von Apple nicht. Und dann an einem Abend oder morgen bei Apple wird die Geschäftsgrundlage zerstört. Das ist schon krass, ja. Aber gut, hey, mit dem Risiko musst du leben. Und ja, das ist im Grunde das Geschäftsmodell dann. Finde ich im Grunde auch. Also ich meine, sie können sich ja vielleicht was überlegen. Einige können ja vielleicht dann irgendwie sich einfallen, lassen, was Apple dann noch nicht bietet. Aber sind halt auch ein Stück weit dann auf Apple angewiesen, was ist überhaupt möglich zu entwickeln? Oder wo gibt es Schnittstellen? Also so einfach ist das natürlich auch nicht. Aber du hast es eigentlich schon sehr gut eingeleitet. Wir spannen mal den Bogen zu macOS. Ah, eine Sache habe ich noch bei iOS oder iPadOS. Maus-Support. Und das ist aber auch nur so halb da, denn man kann das in den Bedienungshilfen aktivieren. Da kann man dann tatsächlich mit einer Maus iOS bedienen. Und also wer weiß, wohin das noch führt. Immerhin das mal ein Schritt, aber es wurde jetzt nicht prominent beworben. Das hat wieder so ein Entwickler rausgefunden. Und wie gesagt, unter dem Menüpunkt Bedienungshilfen. Und die Lautstärke, der Lautstärkeregler. Ja, wir haben ihn bekommen. Er ist ziemlich genauso, wie man es sich vorstellt, nämlich mit diesem Toggle, den man vom Control Center kennt. Der ist ein bisschen dünner geworden und erscheint einfach an der Seite. So, jetzt sind wir aber durch. Wir kommen zu macOS. Da haben wir ja schon den Bogen gespannt. Also dieses Sidecar-Feature, ja. Das heißt, Catalina ist eine Insel in Kalifornien. Wieder also, gut, ich finde den Namen Mojave fand ich besser. Aber gut, bei den Namen, da geht es schon seit Jahren. Wirklich, ich finde Catalina besser. Ich finde, das klingt irgendwie netter. Ich kenne eine Catalina, deswegen ist das nicht mein Spielbild. Okay, ich auch. Okay. Ja, vielleicht kann ich das eigentlich kennenlernen, dann ist der Name vielleicht auch lieber. Aber es klingt netter als das Ganze vorher. Sierra, Hi Sierra, Mojave, das klingt alles so komisch. Catalina, das kann man schön aussprechen. Aber gut, das soll nur der Name gewesen sein. Ja, wir können gleich rein starten. Natürlich, iTunes ist weg. Ja, iTunes ist wirklich weg. Es wird ersetzt durch die drei Apps Music, Podcasts und TV. Aber die iTunes-Brand ist nicht ganz weg. Denn wir haben gerade heute noch berichtet, iTunes auf Windows zum Beispiel bleibt. Da wird es zwar nicht die Mega-Verbesserungen geben, aber es bleibt zumindest bestehen. Man kann weiter synchronisieren. Man kann seine Bibliotheken da verwalten. Und auch auf dem iOS-Homescreen gibt es noch den iTunes-Store. Genau, das ist eine spannende Sache. Apple wird den Verkauf von Musik und Filmen nicht einstellen. Das ist insofern ganz spannend. Also man hätte ja schon länger überlegt, hatte überlegt, dass es so Vermutungen gab. Es gab die Überlegung, dass irgendwann der Apple-Music-Store, der iTunes-Music-Store eingestellt wird. Nein, wird er nicht. Und der Video, der Filme, iTunes-Store erst recht nicht. Auch wenn sich viele ein Streaming-Angebot aus dem gesamten iTunes-Katalog gewünscht hätten, wie ich mir auch. Aber das kriegen wir halt nicht. Jetzt kannst du weiterhin Filme verkaufen. Die Links, also es ändert sich schon einiges. Apple hat schon angefangen, die Links zu verändern. Früher war das ja immer so. Inhalte im Apple-Katalog haben dann immer diese Apple-iTunes.com. Jetzt heißt es Apple-Music.com und irgendwas. Also ich glaube, der Brand iTunes eher, das wird irgendwie etwas schwierig, weil unter Windows heißt es weiterhin so, wie Apple mit dem Namen weiter umgehen wird, wird sehr spannend zu beobachten sein, weil so richtig ist da eine Politik, eine Linie noch nicht erkennbar. Aber zumindest ist klar geworden, es werden keine Funktionen geopfert. Es wird nur die Anwendung iTunes am Mac verschwindet. Und sie wird ersetzt eben durch diese drei neuen Apps. Und auch ganz spannend, das hätten sich auch einige gefragt, diese iTunes-Mediatheken, die haben ja teilweise wirklich schon Kultstatus bei einigen Leuten. Also wir haben dann welche, die haben sich über Jahrzehnte ihre riesigen Mediatheken mit zigtausenden, hunderttausenden von Songs jede einzelne Hand beschriftet und mit Cover und Artwork ausgestattet und alle Daten eingegeben, Meta-Tags und so weiter. Wenn die jetzt alle sterben, Nein, Apple übernimmt sie alle. Die neue Musik-App importiert alle bestehenden iTunes-Mediatheken mit allem, wie sie da sind. Also auch gerippte CDs von früher, irgendwelche eingefügten MP3s. Und auch, das stand zumindest in einem Bericht, die Synchronisierung von Non-iCloud-Content mit der iCloud wird fortgesetzt. Das ist so ein bisschen kryptisch, aber mit viel Optimismus kann man daraus hervorgelesen. iTunes Match wird auch weiterleben. Das ist ja diese Funktion, mit der man quasi nicht so ganz legale Musik legalisieren konnte für 25 Euro im Jahr. Und da hat man schon vor Jahren dran überlegt, verschwindet die jetzt anscheinend erstmal nicht. Können sie auch gar nicht machen. Das haben wir gestern ja im Stream schon besprochen, in unserem YouTube-Livestream, wie Apple diesen Übergang machen wird. Und ich war da ja der Meinung, es wird so ein weicher Übergang. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Weder die iTunes-Brand verschwindet, noch werden da jetzt irgendwelche Bibliotheken über den Haufen geworfen. Das kann man sich einfach schlicht nicht leisten. Und die iTunes-Brand ist da zu sehr verbreitet. Also das geht nicht. Aber die App ist weg. Also es gibt keine iTunes-App mehr. Synchronisierung funktioniert über den Finder. Total gut eigentlich, muss ich sagen. Also das finde ich richtig, richtig gut gemacht. Über die Sidebar im Finder kann man das Synchronisierungsinterface aufrufen. Das haben sie wirklich sinnvoll gemacht. War eben ein bisschen seltsam, dass das unter einem Mac, dass das irgendwie nur über iTunes ging. Voll. Es macht nicht so wirklich Sinn, weil das rührt halt von diesen iPod-Zeiten her, wo im Grunde das Einzige, was du synchronisieren musstest, war die Musik und eventuell Kontakte. Und mit der Zeit wurde das so überladen in iTunes. Das war ja dann auch dieser Gag, den Craig Federici auf der Bühne gemacht hat. Man will jetzt Mail und Erinnerungen und Kalender in iTunes einbauen, weil, warum nicht? Es gibt ja sowieso schon so viele Dinge. Weil wir ja auch vorher schon die Kalender und die Kontakte und die Musik und die Videos und die Podcasts und die Klingeltöne und die Apps, alles in iTunes. Es war zwar ein sehr, ein Cringe-Moment, aber er hat im Grunde damit genau angesprochen, was das Problem von iTunes war, einfach überladen. Und Apple war da ungewohnt ehrlich, man hat es zugegeben, das war einfach überladen. So, und die neuen Apps sind weniger überladen hoffentlich. Sie sind ein bisschen schlichter, ein bisschen aufgeräumter natürlich, weil es eben nur eine Funktion hat, Musik, TV oder Podcasts. Ist die Bücher-App auch in diesem neuen Design? Ja, oder? Die haben sie gar nicht erwähnt. Aber ich glaube, die ist, schauen wir mal nach. Während du das nachguchst, kann ich kurz noch eine Anmerkung machen, was ich sehr spannend fand. Ich glaube noch nicht, dass wir sehr viel darüber wissen können, weil wir sie nicht ausprobieren können. Die Podcast-App, die kommt ja auch als separate App für den Mac. Die ist im Grunde eigentlich die normale Podcast-App bis auf eine Sache, die ist neu. Und die gibt es auch, glaube ich, nur am Mac. Du sollst jetzt eine, die Suche wird krass verbessert. Die Suche kannst du jetzt nicht nur nach Episoden und Sendungen und so weiter suchen, sondern die soll auch gesprochenen Inhalt aus den Podcasts, aus den Episoden in die Suche mit einbeziehen. Also das ist etwas, das hat mich sofort hellhörig werden lassen. Das ist so ein absolutes Pro-Feature. Das können, so Tools für Journalisten, die machen das. Da kann man dann quasi Audio-Material durch nachgesprochenen Worten durchsuchen. Es gibt auch so ein paar Open-Source-Ansätze, die man im Web aufrufen kann. Und wenn Apple das wirklich gut hinbekommt, kannst du auf eine ganz andere Weise natürlich nach Podcast-Inhalten suchen, weil oft ist ja so, die Titel sind irgendwie nichtssagend. Und wenn du einfach direkt auch nach Aussagen aus den Sendungen suchen kannst, das wäre total beeindruckend. Stimmt. Ja, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Dieses Detail hatte ich gestern nicht mitgeschnitten. Ne, ich habe nichts zu den Büchern gefunden, aber wird bestimmt im selben Design sein, also für Hörbücher und Bücher. Das Design an sich, was kann ich sagen, gefällt mir. Es ist wirklich schlicht. Es ist nochmal deutlich flacher als dieses iTunes vorher war. Man hat links immer noch die Sidebar, so ein bisschen wie iOS. Man hat daneben 4U Browse und Radio oben an die Library und dann die Playlisten. Also ja, oben immer noch den Player. Also es ist nicht komplett revolutionär und neu, aber einfach ausgedünnt. Und dann hat man Browse und die ganzen Playlisten halt dann in der großen Ansicht. Also ja, man kennt es eigentlich. Etwas anders sieht es da schon mit der TV-App aus, denn die ist Apple TV ähnlich, finde ich. Da hat man erstmal so ein großes Bild, wenn man reinkommt, irgendwie so up next. Dann diese Bar unten, What to Watch, personalisierte Vorschläge. Oben zwar immer noch das Menü, aber es ist eher so, wie es auf dem Apple TV aussieht. Also das ist deutlich abgekapselt. Komplett anderes Design, als man es von iTunes vorher gewohnt war. Und die Podcasts sind wieder ein bisschen im Apple Music Style. Also links diese Sidebar und dann die Listen Now, die Shows You Might Like und so als große Menüpunkte dann. Ja. Was können wir sonst noch sagen? Ja, Sidecar haben wir ja schon erwähnt. Die ganzen Apps übrigens, die in iOS verbessert wurden, Notizen, Erinnerungen, ja, gibt es natürlich auch auf dem Mac und jetzt neu auf dem Mac, die Bildschirm-Zeit. Die wurde ja von iOS einfach übernommen, was nicht übernommen wurde, aber in den Gerüchten war, Siri-Shortcuts, die gibt es wohl noch nicht oder zumindest dieses Mal nicht auf dem Mac. Ansonsten, was haben wir noch? Aber es ist ganz interessant, wie sie die Bildschirm-Zeit auf dem Mac OS umsetzen, weil es ist wirklich so wie auf iOS. Man kann die sozialen Netzwerke herausfiltern, die Spiele, Entertainment, Kreativität, aber das ist nach Apps unterteilt. Mich würde ja wundern, das würde mich wirklich interessieren, ob die zum Beispiel Social Media, ob die Facebook oder so in Safari erkennen können dann. Weil man geht ja über Safari auf Twitter und Facebook, man lädt sich ja keine App runter oder die wenigsten verwendenden Twitter-Client. Also von dem her, na, mal schauen. Das müssen wir abwarten. Ich musste gerade mal eben mein Netzteil für den Mac holen, weil die hier so verdammt lange aufnehmen, dass der schon wieder leer war. Du, ich habe folgende Akrobatik vorher gemacht. Ich habe, weil beide Airpods geploppt haben, habe ich den einen reingetan zum Laden, den einen komplett leer gesaugt und jetzt auf den anderen gewechselt, der in der Zwischenzeit ja innerhalb von 10 Minuten doch was aufgeladen hat. Incredible. Ja, wir, aber wir nähern uns so langsam dem Ende. Ich gehe jetzt nochmal über macOS. Ich glaube, wir haben nichts wirklich Wichtiges vergessen. Ich hatte meine Fotos-App auch, aber haben wir alles ja schon besprochen. Das war es, glaube ich, so an grundlegenden neuen Features. Dann lass uns mal, ja, Voice Control, das ist schon, das hatten wir eben erwähnt, aber auch, das ist auf Mac und iOS ist Voice Control da. Ach, übrigens eine Sache, die wir gar nicht erwähnt haben, die jetzt auch auf dem Mac kommt und auf iOS 13 natürlich auch da war, Find My. Ja. Ähm, die App, die Find My Friends und Find My iPhone ähm, zusammenwürfelt, ist tatsächlich da. Auch dieses Logo, das vorher geleakt wurde, hat alles gestimmt und ganz spannend, es funktioniert wirklich so, wie dieses Teil, nämlich, dass alle Apple-Nutzer mitwirken. Und da haben wir ja schon im Vorfeld mit einigen Mails das so ein bisschen, ähm, skizziert, wie Apple das umsetzen könnte und man macht es genau so. Jeder Fremde, der das quasi aktiviert hat, hilft mit, dir ein verlorenes Gerät wieder zu suchen. Und es funktioniert sogar mit Macs, die offline sind, weil die selbst da noch eine Low, ähm, Frequency, Bluetooth-Signale senden die da aus und das kann ein iPhone oder ein iOS-Gerät oder auch ein Mac in der Nähe, selbst wenn es vom Fremden ist, erkennen und dann komplett anonym an dich zurückgeben, wo dein Apple-Gerät eben verloren wurde. Ja, und es ist kein extra Gerät, es gibt zwar weiter Gerüchte über ein Personal-Device, aber es gibt sogar Hinweise. Es gibt Hinweise. Es gibt sogar Hinweise in der iOS 13 Developer-Beta, dass so ein, ähm, Ortungsteil-ähnliches App von, äh, ein Hardware-Ding zu Find My von Apple kommen könnte, ja. Aber zum Glück bis jetzt noch nicht angekündigt. Ähm, wird sich halt, also ich finde es gut, wie sie es gemacht haben, weil, wenn sie jetzt schon so ein teures Device, was sich jetzt sicherlich 99 Dollar gekostet hätte, wäre wieder die Diskussion berechtigt losgebrochen. Ähm, bringt es das? Ist das nicht irgendwie Geldverschwendung? Aber wir können ja so erstmal gucken, wie effektiv das wirklich ist. Wenn man das einfach so aktiviert, wird sicherlich jeder machen. Und dann kann man mal gucken, wie gut man damit Sachen wiederfindet. Man könnte eigentlich, man könnte doch mal, das könnte man eigentlich ausprobieren, ja. Irgendwo ein Apple-Gerät verstecken, das wirklich keiner findet, in einer gut besuchten, es wird schwierig, aber man könnte es eigentlich ausprobieren. Ja. Irgendwo in der Straße hier in Wien? Warum eigentlich nicht? Das würde mich interessieren, weil da läuft ja bestimmt ein iPhone-Nutzer dann vorbei, aber gut, müssen wir warten, bis das Ganze aus der Beta-Phase raus ist. Ähm, ganz kurz, welche Macs werden unterstützt? Das ist der Mac Mini 2012 und later MacBook Pro. Eigentlich alles ab 2012 und later, bis auf das MacBook. Ja. Nee, nicht ganz. Also, das ist das MacBook 12 Zoll und der Mac Pro 2013 und later. Und ich glaube, das können wir als letzten großen Punkt machen, den Mac Pro, weil TVOS, wir müssen noch WatchOS machen, ne? Ach, WatchOS, verdammt. Ja, aber WatchOS, da gibt es im Grunde nicht ganz so viel, aber das, was es gibt, ist spannend. Also, es hat sich auch hier bestätigt, es gibt einige, also das, was geleakt wurde, ist eingetreten, der App Store kommt auf die Watch und wir hatten ja noch drüber geredet, wie wird das Interface umgesetzt, mit kuratierten Apps oder mit Gesuche und so weiter. Also, Nutzer können Apps suchen gezielt und laden und installieren, aber es gibt tatsächlich eine kuratierte Version von Apps und da muss ich mal fragen, da war auch wieder gerade, da war ich gerade am Schreiben, ich habe das so aus dem Augenwinkel so mitbekommen, wie überzeugend fandest du das denn, also diese kuratierten Apps, die es da gibt? Beim App Store, naja, ich weiß nicht, also das war ja eher so, das sind Marketingbilder, kann man überhaupt nicht einschätzen, kann man echt nicht einschätzen, aber man kann ja sogar den ganzen App Store mit Diktierfunktionen durchsuchen, das geht ja. Ja gut, das ist ja das, was wir auch schon, wir hätten ja gesagt, wir wünschen uns eigentlich etwas, dass wir mit der Diktierfunktion nach Apps suchen können. Ich frage mich ja wirklich, die haben ja gesagt so, ja, stöber ruhig ein bisschen durch, die Apps durch, die müssen ja im Grunde, also es wird eine eigene Redaktion für WatchOS Apps geben müssen und dann wird man halt gucken, wie viel das wirklich dauert. Nein, die wird es jetzt schon geben. Die wird es jetzt ja schon geben. Also, was mich so ein bisschen die Art, wie man den App Store darstellt auf der Uhr, mich erinnert das an die Instagram App, die ich auf der Apple Watch installiert hatte. Nicht mehr existiert. Die nicht mehr existiert und völlig zu Recht, weil es ist ein ein komplett überzogener Versuch gewesen, sehr, sehr viele Features und Funktionen und Menüpunkte auf so einem kleinen Display darzustellen und genau so sieht der App Store für mich aus. Da sind Bewertungen drin, da sind, da steht so viel Zeugs drinnen, wo man sich denkt, ja, muss irgendwie oder sollte irgendwie dran stehen, aber liest man sich das wirklich auf der Uhr durch? Also, ich weiß nicht. Installieren kann man auf jeden Fall mit Doppelklick auf diesen Button unter der Krone, also ähnlich wie das auf dem iPhone funktioniert und kann man dann on the go on the go machen. Das ist aber irritierend, weil das ist ja der Doppelklick auf diesen Button aktiviert ja normalerweise Apple Pay dann. Aber nur wenn ein Ding in der, das wird dann halt wahrscheinlich in dem Moment ausgeschaltet sein. Ja, wahrscheinlich. Aber ich, das finde ich das seltsam. Ist ja beim iPhone gleich. Beim iPhone gleich. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man das dann einfach auf dem Display machen kann. naja. Ja, das ist ja noch friemeliger. Nee, aber es ist ja auf dem iPhone gleich, wenn du, das ist ja nur eine Bestätigung. Du wirst es nicht gleichzeitig mit Apple Pay was bezahlen und eine App installieren und wenn dann, ist es dumm gelaufen. Ja, aber ich wollte doch unbedingt in den App Store browsen, während ich gerade an der Kasse meine Drinks bezahlen möchte. Was soll das? Kann man nicht. Pech gehabt. Verdammt. Die, was wollte ich noch sagen? Was wollte ich noch sagen? Ja, es gibt aber doch noch ein paar interessante Sachen, nämlich Schnittstellen für Entwickler, zum Beispiel für Streaming. Das ist jetzt wohl deutlich einfacher, irgendwelche Musik-Apps oder Sport-Streaming-Apps oder so für die Apple Watch zu machen, die dann eben unabhängiger da laufen und live Dinge übertragen können in Audio-Form. Also Video wird nicht wirklich nützlich sein, aber halt irgendwelche Live-Ticker und so. alles zu begrüßen und dann gibt es ein paar nette Apps, die mich wirklich begeistert haben, nämlich zum Beispiel dieser Dezibel-Messer. Ja. Dass die Apple Watch dich anpinnt, wenn man in einer sehr lauten Umgebung ist, ab, keine Ahnung, 100 Dezibel oder so. Weil, ja, ich bin da ein bisschen sensibel geworden, als ich ein paar Mal in sehr lauten Clubs war und ich mir dann gedacht habe, das muss echt nicht sein. Habe ich zum Glück nicht zu oft gemacht, ich glaube, da gibt es dann auch negativere Beispiele, aber es ist ein sehr unterschätzter Teil der Gesundheit, der digitalen Gesundheit mittlerweile schon, dass man zu laut Musik hört oder in zu lauten Umgebungen ist und man merkt das nicht, wie man da abnimmt beim Gehör. Also sehr toll, dass Apple das jetzt auch mit der Watch probiert, irgendwie ein bisschen transparenter zu machen und das geht ja noch weiter in der Health-App, da wird dann auch angezeigt, wie laut man Musik gehört hat und so. Also das fand ich eine ziemlich coole Sache. Datenschutzrechtlich, unauffällig, es wird alles nur, wird auch nicht auf der Apple Watch, es wird auch nicht, was du für Musik gehört hast oder so, auch die Lärmquelle wird nicht gespeichert, es wird nur der Dezembermesser über das Mikrofon halt genommen. Ja. Und es gibt natürlich neue Apps, das ist genau das, was auch geleakt wurde, die drei neuen Apps, also was gesagt wurde, Taschenrechner, Voice Memos und, ähm, wie heißt es jetzt? Na, Audiobox. Taschenrechner, ja, Hörbücher kommen auf die Apple Watch. Äh, ja, war ansonsten, glaube ich, nicht viel, oder? Doch, es gibt jetzt zwei neue Health Features, ein Langzeittrend für die Bewegung und Fitness. ja, das, ähm, also, die Watch wird damit so ein bisschen mehr zum Personal Trainer, weil es, weil sie besser einschätzen kann, wie hast du dich in den letzten Wochen und Monaten so entwickelt, also diese bisherigen Bewegungsziele und Erinnerungen, die basierten eher auf dem aktuellen Zustand, also du hast heute noch zu wenig Schritte gemacht oder so, aber jetzt sieht die Watch das quasi gesamtheitlich, du bist auf dem und dem Stand der Fitness und du lässt jetzt die nächsten drei Monate nach, dann hilft sie dir wieder auf den Stand vom Vorher zu kommen. Ihr könnt mich alle mal da, also, ich, es geht mir ja jetzt schon auf die Nerven, wenn er sagt, boah, gestern warst du ein bisschen schlapp, boah, muss ja wieder, wenn er jetzt irgendwie demnächst noch sagt so, ich sehe, es geht abwärts, das braucht doch kein Mensch, so ganz im Ernst, lass mich doch in Ruhe, ich bin komplett auf deiner Seite, darum trage ich dieses dumme Ding ja auch nicht mehr, ich habe satt diese dummen Meldungen, wenn ich faul sein möchte, dann bin ich eben nun mal faul, ich weiß genau, was du meinst, aber der Durchschnittswatch-Nutzer ist, glaube ich, anders und es gibt sehr, sehr viele, die tragen die Uhr genau deswegen, kennen da genug aus, meinem Bekanntenkreis und die freuen sich darüber, das kannst du mir glauben, dass diese Half-App jetzt noch toller wird, wird dann ja schön mit dem iPhone synchronisiert, da hast du noch mehr Daten und so kannst du es dann auswerten, ja, 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 wir sind nicht die Zielgruppe, aber es gibt es endlich. Die weibliche Zielgruppe hat auch was davon, es gibt jetzt, sie können ihren Zyklus jetzt tracken und also diese Sachen, die es jetzt schon, das habe ich auch gedacht, das wird auch einige Entwickler und Startups ärgern, es gibt nämlich so Digital-Health-Startups auch, die ja versuchen, die weibliche Periode halt auszumessen und so und dann kann man, naja, es gibt ja diesen Trick, fruchtbare Tage und so, kann man dann natürliche, na, ihr wisst Bescheid, also das kann jetzt die Apple Watch in Ansätzen auch. Ja, und eine Sache war noch die Zifferblätter. Ja, richtig, die Zifferblätter, ein Kalifornien-Zifferblatt gibt es jetzt. Die haben ein, ja, aber auch allgemein, ich glaube, sie haben auf der Bühne gesagt, die meisten neuen Zifferblätter seit der ersten Apple Watch und das glaube ich ihnen auch, sie haben sämtliche Zifferblätter erneuert, also so ein bisschen schicker gemacht, ein bisschen neu gemacht, auch das Solar-Zifferblatt ist wirklich gut gelungen und einige auch komplett schlicht, wo irgendwie der Sekundenzeiger eine Art Zusammenspiel von Farben ist und man kann jetzt sich anpinnen lassen zur vollen Stunde, dann wird man angetippt von der Uhr und es kommt Vogelgezwitscher zur vollen Stunde, ja, da dachte ich auch so, krass, ist ja mega, was für eine Funktion, Es ist vor allem, wie Apple das immer bringt, also es ist mega, das sind solche, also teilweise sind es solche flachen Witze, die die da bringen, aber hey, es ist wohl der neue Keynote-Style mittlerweile, ach ja, eine Sache, die wir, die auch auf der Uhr ist, die wir auf iOS vergessen haben, Memojis und Animojis sind, man kann jetzt Lippenstiftfarben auswählen und Eyeshadows und so weiter und die kann man auch als Sticker und Emojis dann verwenden in iMessage, das ist richtig krass und da gab es auch noch so eine andere Sache, dass man das irgendwie, das ist jetzt auch was mit individualisiert, ich habe es nicht so ganz verstanden, du kannst da Tattoos rauf machen und Ohrringe und Piercings, also hey, ist ja alles nicht schlecht, wir sind ja nicht dagegen, nur wir sind nicht die Zielgruppe, Das wird auch ein Message nicht wirklich zum absoluten Weltsieg verhelfen. Das wird es nicht, die haben da sogar so Beauty-YouTuber, glaube ich, für das Tutorial extra eingeladen und wahrscheinlich bezahlt. Der Clip, der Democlip war von so, da waren solche Influenzen, eine Frau meinte auch so, hi, I'm Katie, I'm Influencer, I'm Beauty-Influencer, ich dachte, ah ja, dummisch schon lange, ja. Na gut. Ganz kurz noch zur Kompatibilität, Kompatibilität ab Series 1, das ist eine tolle Sache. Keine Veränderungen zu WatchOS 5? Ist zu begrüßen. Sagen einige schon, fragt sich halt, wie gut das auf der WatchOS Series 1 läuft, aber das werden wir dann halt sehen. Besser, es wird noch unterstützt, also wenn es nicht massiv schlechter läuft, als nicht, definitiv. Okay, aber ich würde sagen, du hast es eben schon angedeutet, Apple TVOS, da, ganz kurz kann man erwähnen, in dem Multi-User-Support kommt es auch auf TVOS, die individualisierte Siri und auch Profilunterstützung, wie auf dem HomePod auch. Die Startseite wird ein bisschen smarter mit Vollbild-Ads und Vollbild-Previews von Sachen, ja. Ja. Es sieht, es sieht deutlich aufgeräumter auf und es gibt unten jetzt so ein Dock, also man hat die vier oder fünf Apps als Dock jetzt dargestellt und dann kommt man erst, wenn man runterscrollt, zu seinen anderen Apps und ansonsten hat man so einen Vorschlag an Film oder so jetzt drinnen. Ja, es ist gelungen. Ich bin leider kein Apple TV Nutzer, ich kann es nicht wirklich einschätzen, aber ich glaube, das ist gelungen. Es gibt neue Bildschirmschoner jetzt unter Wasser und so weiter, der übliche Schmarrn, den sie da immer irgendwie als Revolution verkaufen. Aber ja, auch das TVOS 13 Update ist jetzt nicht so krass. Es gab ganz, einen Trailer haben sie zu Apple TV Plus gebracht, wo ich mir auch dachte, naja, immerhin, immerhin, aber es gab keine, kein Datum, kein Pricing. Das wird wohl alles irgendwie erst Ende Jahr kommen. So now, let's get back to the Mac. Ja, einen Punkt haben wir noch in diesem Podcast. Ja, gute Mac Pro wurde tatsächlich, ich würde sagen, vorgestellt. Das war kein Sneak Peek, das war ein Runterrasseln sämtlicher Details. Und, ja, er ist krass. Er sieht zum einen Mal schon krass aus. Wir haben jetzt, beim letzten Mac Pro hatten wir Trashcans, jetzt sagen alle Cheese Grill, also es sieht so ein bisschen aus wie eine Käsereibe mit diesen Löchern, mit diesen Lüfter-Grills im Style des Vorgänger-Mac Pros, also des Vorvorgänger-Mac Pros. Vorvorgänger-Mac Pros, genau. Er ist wieder boxiger, weg vom runden Design, er ist wieder silbern und er steht nicht so, also es ist halt, ja, eine Box, eine wirkliche Box, oben so Griffe dran, unten kann man optional Räder dran machen, also es ist schon wirklich ein Klotz ist das. Aber ich glaube, es kann echt cool sein, wenn du quasi sagst, du hast ein Studio und hast einen voll krass ausgestatteten Mac Pro, da kannst du sicherlich auch nicht mehrere, dann fährst du den halt dahin, wo man ihn braucht. Ja, voll. Es ist allgemein so, dieser Mac Pro wird falsch verstanden von sehr vielen, die gar nicht die Zielgruppe sind dafür. Auch dieser, was der Stand für Kritik einheimsen muss, der kostet nämlich 1000 Euro zusätzlich. Für das Display, aber da müssen wir gleich noch zu kommen. Ah ja, das für das Display, ich verwechsel hier schon. Ja, wenn wir schon beim Display sind, es gibt auch ein neues Display von Apple, ein 6K Monitor mit ja, HDR, aber noch besseres HDR. Apple nennt das XDR, nee, warte mal, wie nennt sie das? Apple nennt das XDR? Ja, Extreme Dynamic Range, das habe ich eben schon gelesen, es ist ein bisschen missverständlich, weil das auch in anderem Zusammenhang gebraucht wird, das Display selbst heißt, einfach nur Pro Display XDR. Ja. Und es hat eine Helligkeit auf Dauer von 1000 Nits und es kann bis zu 1500, 1600 Nits aufblenden sozusagen, aber das geht nur, wenn die Umgebungstemperatur nicht über 25 Grad Celsius steigt. Ich sehe das hier im Sommer schon leicht kritisch. Das haben sie sehr gut geschrieben, man braucht dafür eine Klimaanlage, sonst wird das ja eine maximale Helligkeit nicht erreichen, aber der Kollege, mit dem ich das geguckt habe, meinte auch schon, das ist ja quasi ein Spotlight. Ja, wobei die Umgebung, also es sind auch 1000 Nits schonende Ansage und das soll er ja permanent schaffen, aber selbst für die braucht es einen krassen Lüfter, ich meine, wenn man sich dieses Display auch ansieht, allgemein der Mac Pro, also das ist ja im selben Design gehalten, diese beiden, mit diesen Lüftungslöchern, das sieht schon so professionell aus, irgendwie überall bläst es raus und rein und Zeug und also das sieht, ja, es ist ein... Es wird aktiv gekühlt, das muss man sich immer vor Augen halten, gab es auch früher schon bei Apple Displays, aber ein aktiv gekühlter Bildschirm, ich meine ganz im Ernst, ja. Und jetzt kommen wir zum Stand, der ist nämlich eigentlich optional, weil man vergisst oft diese, das ist wirklich ein Pro Display, ich meine, es kostet auch 5000 aufwärts, 5000 Dollar, wahrscheinlich ist es noch viel mehr in Euro und eine matte Version, die irgendwie, die kostet nochmal ein Tausender mehr, weil das ist nicht einfach nur ein mattes Display, da ist keine Beschichtung drauf, sondern Apple fräst das Glas so speziell, damit man die Farben durch diesen Matteffekt nicht verfälscht und ist wahnsinnig blickwinkelresistent, hat ein Kontrastverhältnis von einer Million zu eins, glaube ich, Also das Display steht eine Milliarde Farben da. Jetzt einige sagen halt schon, also wirklich, jetzt 32 Zoll, warum jetzt nicht gleich 8K, warum so ein Zwischenschritt über 6K, naja. 30 Zoll, glaube ich, oder? 32 Zoll. 32, ja. Tja, das wird, wird schon seine Gründe haben, ich glaube, wenn du das noch größer machst, dann hast du vielleicht mit der Kühlung noch mehr Probleme und kannst du, es ist ja jetzt offenschen, also am Ende. 6K macht ja schon Sinn, weil man kann zum Beispiel im Final Cut ein 4K-Video offen haben und hat oben und links oder oben und rechts dann noch genügend Platz für Menüpunkte und wenn du jetzt 8K hast, dann, ja, du kannst ein 8K-Video zwar anschauen, ja, aber du kannst es nicht wirklich gut bearbeiten, also, ja, das ist im Endeffekt so 6K, also ergibt schon auch Sinn im Workflow. Du kannst bis zu 6 Display, 6 Apple, also Display-Pro-Displays an eine Mac Pro anschließen, das sind dann 120 Megapixel insgesamt und die überlasten dann auch schon mal den Hausanschluss, weil, wenn man sich das mal so zusammenzählt, die kochen, also das Display braucht irgendwie schon 400, 500 Watt, eins und der Mac Pro, der hat einen Energieverbrauch in Ruhe, also quasi im Rundmodus von 1300 Watt und geht bis auf knapp 1500 Watt Spitze und wenn du das halt falsch verkabest, fliegt dir die Sicherung raus. Das habe ich eben noch gelesen, fand ich ganz spannend. Noch mal können wir kurz zum Mac Pro kommen, der ist auf aktuellem Stand der Technik, also es sind Xeon-CPUs drin von Intel, du kannst bis zu 28 Kerne dir reinbauen, der Basistakt sinkt dann immer mehr, je mehr Kerne man hat und du kannst bis zu 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher verbauen. Das ist, also 1,5 Terabyte, ich habe 1 Terabyte SSD in meinem Macbook, also wisst ihr Bescheid. Es ist einfach nur, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn und auch die Grafikkarte, da ist ja, mir ist es da schon, dann schon zu technisch geworden im Ticker. Ich habe mir gedacht, ach du Schande, ich sollte darüber jetzt berichten, aber ich verstehe nicht mal teilweise, was die da reden. Also das ist halt wirklich, wirklich professionell auf höchstem Niveau. Ich meine, soll es ja auch, kostet ja auch das Geld. Aber ich habe heute noch mit einem Mitbewohner, dem habe ich das irgendwie so vorgelesen, ach Apple hat gestern einen Rechner vorgestellt mit 1,5 Terabyte RAM und der meint dann so, ja komplett überteuert, braucht kein Mensch und so und dann habe ich ihm ein bisschen, das ist ja so, das meint halt die Masse und ich habe eine sehr, sehr spannende Überschrift heute von der Zeit gelesen und die fasst dem Mac Pro perfekt zusammen. Es ist nämlich, also erst mal stark, dass die Zeit das überhaupt so aufgenommen hat, aber die haben geschrieben, der Mac Pro ist der wichtigste Computer, den es gibt, es will ihn aber keiner haben oder es braucht ihn im Grunde kein Mensch und damit haben, sie ist genau zusammengefasst, ich meine ohne den Mac Pro hätten wir keine anderen Macs, keine iPhones, keine, die meisten Apps würden nicht laufen, weil die Entwickler darauf angewiesen sind oder die Leute, die wirklich große Projekte umsetzen, aber diese Leute, die das machen, sind natürlich in der absoluten Minderheit, aber es ist im Grunde der Machine, who builds the Machine. Sehr schön, sehr schön gesagt, ja. Ja, wir haben einen bei uns im Team, der sich den kaufen möchte und er wird im Herbst auf den Markt kommen, aber wir werden ihn vielleicht schon vorher mal in die Sendung einladen. Stefan, wir hatten ihn schon einmal, wir haben mit ihm über Macs und Preise und Konfigurationen von Prozessoren, Arbeitsspeicher und SSDs und so gesprochen und das, das werden wir vielleicht nochmal wieder aufnehmen, diesen Experten-Talk über den Mac Pro und die Implikationen, die man damit hat. Stimmt, also man könnte ja noch in die Details gehen, jetzt genau die Anschlüsse und SSDs und so weiter und so fort. Ich kann es kurz zusammenfassen, ohne es irgendwie jetzt weiter zu spezifizieren, wozu das ist, aber nur damit es nicht ungesagt bleibt, zweimal 10 Gigabit LAN, Ethernet LAN und zweimal USB-A, also der normale USB-A-Anschluss, zwei Thunderbolt 3, sprich USB-C, also schnittstellenmäßig ganz gut ausgestattet und die Basiskonfiguration bei gut 6.000 Dollar ist mit 32 GB RAM und 256 GB, also SSD, also lächerlich wenig, aber es ist modular, also man kann ihn, man kann ihm den Deckel abnehmen quasi und dann kann man anfangen, dran rumzubasteln und in den Eingeweiden zu wühlen. Ja, und es ist eigentlich nicht wirklich der Deckel, sondern das Design ist so, dass man 360 Grad rundum ihn aufmachen kann, also du hast oben und unten nicht wirklich Zugang, aber vor allen Dingen bringt, man schiebt es so hoch und hat dann eben links, rechts und vorne, hinten kann man den von allen Seiten quasi begrapschen und Dinge, na gut. Die Leute werden es, wer das mag, wird es lieben. Alles, alles. Lukas, du bist ja heute wirklich explizit, ganz ehrlich. Wenn man begrapscht ihn und steckt Dinge rein, alles klar. Tja, es ist so, es ist so. Nee, aber es wird bestimmt ein spannender, ein spannender Talk mit Stefan darüber, das werden wir uns auf die Liste schreiben, wenn der dann im Herbst tatsächlich, ähm, auch, wenn wir wissen, was er im Endeffekt kostet in der komplett ausgerüsteten Version, da gibt es ja jetzt auch schon Schätzungen, von 30.000 bis 45.000 US-Dollar wird da tatsächlich geschätzt, das ist kein Witz, das sind... Also ich habe 50.000 Dollar gelesen, 50.000 Dollar und von Apple wahrscheinlich noch aufwärts, weil Apple dann immer minimal ein bisschen mehr auch nimmt. Ja, und Euro, und Euro, stell dir mal vor, das ist ja der Wahnsinn, das sind dann ja fast schon... Dann kannst du einen Tesla kaufen, mein Freund. Ja, eben. Naja, gut. Na gut. Ich finde das immer so witzig, wenn unten, also es kommen diese, auf der Apple-Homepage kommen diese wahnsinnigen Specs und dann kommt unten Build-in-Apps und dann wird da aufgezählt, Erinnerungen, Kalender, Fotoboot und ich denke mir so, okay, ja toll. Garage Band, wunderbar. Das war ja auch so krass. Die haben auf der Demo die neue Logic-Version und die neue Final-Cut-Version gedemot, also vorgestellt und der Typ hat da tausend Audiospuren geöffnet. In einem 8K-Videoprojekt bei Parallelbearbeitung. kann ja drei 8K-Streams oder, glaube ich, bis zu 16 4K-Streams parallel abspielen. Ja, das Ding ist ein Powerhouse, kann man nicht anders sagen. soll es auch sein für den Preis. Und mir ist gerade so Powerdown, Leuchte, also... Sag nichts, wir sind, es ist der längste Podcast, glaube ich, to date, oder? Einer der längsten auf jeden Fall. Wir haben auf der Uhr eine Stunde und 48 Minuten. Leute, wir rappen das ab. Das war unser, ja, sehr detailliertes WWDC-Sum-Up. Definitiv. Aber war spannend. Wir haben so ziemlich alles angesprochen. Aber es wird nicht das letzte Mal sein. Wir wissen, jetzt werden wir die Betas austesten. Jetzt kommen die ganzen Videos auf uns zu. Das hat uns Apple nicht gesagt. 100 plus Features von iOS 13, die unbekannt sind. Das wird in den nächsten Episoden dann Thema sein. Und natürlich, jetzt sind wir in der Beta-Phase. Dann gibt es Beta 2, Beta 3, Beta 4. Also das wird uns natürlich noch spannenderweise eine ganze Weile und ein paar Episoden lang begleiten. Das jetzt erstmals zu den neuen Versionen und zur WWDC. Und das war es vom Apfelplausch Nummer 97. Wir hören uns vermutlich eh am Wochenende schon wieder. Dann hoffentlich mit Eindrücken zur ersten Beta von iOS 13 oder iPadOS. Ja, Leute, das war es von mir. Grüße aus Wien. Ich muss das Ding jetzt noch schneiden. Ja, viel Spaß da. Roman verabschiedet sich aus Bielefeld. Ich muss jetzt auch noch arbeiten. Übrigens, wir werden beide jetzt noch mindestens eine Stunde, mindestens eine Stunde, meistens mehr an der Arbeit sitzen. Danke fürs Zuhören. Und es ist halb 10, Leute. Ciao. 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 Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0 Tschüss. Vielen Dank.